Hallo und willkommen zu einem weiteren Mana Talk. In dieser Reihe spreche ich mit Schniesen, dem Raidleiter der Gilde Anbu, über den kommenden Raid Uldur. Hierbei erscheint das Gespräch in drei Teilen. In Teil 1 geht es um die Bosse im normalen Modus. Wir schauen uns hier vor allem Tipps und Tricks sowie die Schwierigkeiten an und ordnen diese ein. Im zweiten Teil gehen wir alle Hardmodes durch. Auch hier sprechen wir vor allem über Tipps und Tricks und wichtige Dinge, die man beachten sollte, man vielleicht nicht direkt auf den Schirm hat. Im dritten Teil geht es dann um die Einordnung der Hardmodes. Welche sollte man zuerst angehen und welche erstmal hinten anstellen, da sie für durchschnittliche Gilden anfänglich eher zu Frustration führen können. Ich gliedere das Video ein, sodass ihr ganz einfach von Boss zu Boss springen könnt. Wenn euch das Ganze gefällt, lasst gerne direkt einen Daumen nach oben da und schaut vor allem bei Schließen vorbei. Die Links zu seinem YouTube-Kanal bzw. seinem Twitch-Stream findet ihr in der Beschreibung. Vielen Dank und vor allem viel Spaß beim Mana Talk. So Freunde der Sonne, dann sind wir auch schon im Hardmode-Teil angelangt. Gerade eben im Teil 1 haben wir die normalen Bosse oder den normalen Modus der Bosse. Den sind wir einmal durchgegangen und haben dort ein paar Sachen erklärt. Und jetzt gehen wir einfach mal nochmal jegliche Bosse durch, die einen Hardmode haben und gehen so ein bisschen auf die Schwierigkeit an und sagen dann zum Schluss auch auf jeden Fall nochmal, was man so als, ich nenne es mal Casual-Plus-Gilde oder so als, ja, schon ambitioniert, aber jetzt nicht zu ambitionierte Gilde Hardmode so in Woche 1 und 2 angehen kann. Und ja, starten wir einfach mal wieder mit dem Flammen-Leviathan. Was ändert sich denn da? Da gibt es ja die vier Türme, es gibt ja zwei NPCs, die man ansprechen kann. Magst du uns da so ein bisschen was drüber erzählen, lieber Schließen? Ja, also, was sich beim Flammen-Leviathan ändert, ist, dass natürlich mehr Fähigkeiten reinkommen und jeder der Keeper in Ulduar nochmal eine zusätzliche Ability zum Kampf dazu bringt. Das heißt, wir haben vier zusätzliche Abilities, die hauptsächlich alle in der Form eines leuchtenden Strahls auf dem Schlachtfeld auftauchen. Ihr habt dann vier verschiedene Strahlen und die haben alle verschiedene Abilities. Ihr müsst darauf achten, nicht von diesen Abilities getroffen zu werden und dass ihr immer noch ein paar Spieler auf dem Boss hochschießt. Der Boss hat sehr viel mehr HP, also der Kampf geht sehr viel länger. Ihr bekommt in euren Fahrzeugen viel mehr Schaden, das heißt, ihr müsst dort gut als Team agieren. Und euch auch ganz klar vorher einteilen, wer welchen Job übernimmt. Ich würde dem Boss auf Hard-Mode jetzt ein bisschen anders, würde ich die Bosse einstufen. Und zwar ist das ein Boss, der viel Lernen erfordert, aber von der Schwierigkeitsstufe her noch zu den einfachen gehört. Wenn ihr verstanden habt, wie die Fähigkeiten im Hard-Mode funktionieren und ihr eure Teams gut einsetzt, dann ist das einer der Bosse, mit denen ihr nicht ganz so viele Probleme haben werdet. Erst recht, umso besser euer Gear wird. Denn die Fahrzeuge, die ihr bemannt, die werden pro Item-Level, was ihr höher habt, also immer der Fahrer, um fünf Prozent stärker. Das heißt, wenn ihr jemanden da reinsetzt mit Naxx-Gear, hat ein so ein Panzer 1,5 Millionen HP und wenn ihr irgendwie 218er Item-Level geert, hat der schon 1,75 Millionen. Das heißt, wenn ihr einfach aus dem Normal-Mode ein, zwei Wochen lang Loot sammelt, dann macht das den Boss sehr viel einfacher und dann sind die Fähigkeiten auch alle nicht mehr ganz so tödlich. Hast du allgemeine Tipps, wenn wir jetzt den Hard-Mode angehen wollen? Gibt's so ein paar Dinge, die wir unbedingt einteilen sollten? Du meintest ja, auf den Boss draufschießen. Sollen wir das auf Cooldown machen, nur zu speziellen Zeiten? Oder gibt's andere Dinge, die wir beachten sollten? Ich glaube, der Freya-Turm, der spawnt ja in den Ecken diese grünen Strahlen und diese Ads, die dann auf den Raid zustürmen. Sollen wir dort separate Fahrer einteilen? Oder hast du so allgemeine Tipps, die jeder beachten kann? Ja, also, ihr braucht für den Boss eine klare Einteilung, wer in welches Fahrzeug geht. Und die Fahrzeuge haben ganz klare Einteilung. Und jedes Fahrzeug spielt diesen Bossfight für sich selber. Und es macht auch sehr viel Sinn, wenn diese einzelnen Fahrzeuge im Discord in einem eigenen Channel sind. Da es relativ egal ist, was die anderen machen, solange ihr euren Job macht. Und jedes Fahrzeug hat einen ganz bestimmten Job. Also nur mal zum Beispiel, ihr habt vier von den Panzern, zwei davon müssen am Boss dran sein, um ihn zu interrumpten. Und zwei davon kümmern sich die ganze Zeit nur um das Pyrite und um die Ads, die dazukommen aus den grünen Strahlen. So, die müssen überhaupt nicht kommunizieren. Also macht es gar keinen Sinn, dass ihr alle in einem Channel seid. Die Fahrzeuge selber, die Teams in den Fahrzeugen und gerade die Verwüsterteams, die ihre Leute auf den Boss draufschießen, die müssen aber sehr viel kommunizieren. Und wenn ihr alle in einem Discord-Channel hockt, dann versteht ihr gar nichts mehr. Und als wir den Hardmode auf dem PTR gespielt haben, waren wir am Anfang alle in einem Discord-Channel und wir sind kläglich gescheitert. Dann haben wir gesagt, komm, lass uns mal aufteilen. Und zack, der Boss war auf 10%. Also das ist so die größte Hilfe, die ich euch da geben kann. Geht mit euren Teams in eigene Channel und macht euren Job für euch und redet mit euren zwei bis vier Leuten in euren Teams. Sehr, sehr guter Tipp. Hätte ich jetzt gar nicht auf dem Schirm gehabt, aber macht auf jeden Fall Sinn. Sonst quaken da alle durcheinander. Ich kenne ihn, wie gesagt, nur vom PTR im Normalmodus. Da war er ein Joke. Also da hättest du ihn auch blind mit dem Gesicht über die Tastaturrollen legen können, weil da ist er nicht schwer. Da kannst du viele Mechaniken oder musst sie so nicht spielen. Aber das ist ein sehr, sehr guter Hinweis. Hast du zum Flammen-Leviatar noch was? Sonst würde ich fast direkt zum nächsten Hard-Mode gehen. Ja, vielleicht nur eine kurze Sache. Und das ist, wenn ihr die Leute auf den Boss draufgeschossen habt und die Kanonen oben drauf tötet, dann verfällt der Boss in so einen Shutdown-Modus und er macht nichts mehr. Schießt die nächsten Leute nicht sofort hoch. Die fliegen einfach durch den Boss und sind tot. Ihr müsst immer erst warten, dass der Boss wieder anfängt zu fahren und dann schießt die nächsten los. Wir haben einige unserer Spieler in den Tod geschossen. Hast du, wenn du gerade noch bei dem Hochschießen-Thema bist, spezielle Klassen? Also ich hätte es gesagt, ein Shami zum Beispiel mit einem Kampfrausch oder ein Moonkind-Ruiden oder sowas. Ja, also alle Range-DDs sind in der Regel top für oben drauf. Eine Ausnahme bildet der Jäger, weil der das Geschütz, wo er selber dran steht, nicht angreifen kann, da das zu nah dran ist. Auch ein Schamane ist okay, aber schießt dort hauptsächlich Range-DPS hoch. Auch Heiler braucht ihr da oben nicht. Und wenn es ein Schamane ist, am besten auch ein Elementar-Schamane, aber auch ein Enhancer ist okay. Aber Range-DDs sind definitiv besser als Meleys, weil da ist es andersrum wie beim Hunter. Die können nur ihr eigenes Tiro dann greifen. Ja, genau, so das meinte ich. Also natürlich ein ELE, also jegliche Art von Fernkämpfern. Ich dachte halt, vielleicht wegen Kampfrausch kann man vielleicht noch in die richtige, oder? Ja, Kampfrausch ist hilfreich in der Gruppe, ist aber jetzt nicht so, dass man sagt, oh Mann, wir müssen jetzt irgendwie da Kampfrausch hochkriegen. Das geht auch ohne. Alles klar. Und sonst ist es halt auch einfach ein bisschen Gier sammeln. Also im Vorfeld, bevor man den Boss vermutlich angeht, dann wird er einfach spürbar leichter und einfach üben. Da ist jetzt schon ein Equipment-abhängiger Boss, aber jetzt keiner, wo man halt direkt Tasten oder halt seine Skills ja drücken muss. Es ist sehr viel Übung, glaube ich einfach. Genau, es ist sehr üblich. Also der Boss ist 90 Prozent Übung. Umso mehr Übungen ja rein. Ihr werdet mit Übungen immer weiterkommen. Auf jeden Fall. Habt ihr dann dort wirklich alles fest eingeteilt? Also der Panzerfahrer, also der, der in der Belagerungsmaschine sitzt, der geht dorthin, die zwei Spieler im Verwüster machen das. Also waren jetzt zum Beispiel, ihr habt jeden Spieler komplett auf seine Pose eingeteilt, oder? Ja, also ich habe sehr, sehr viel Zeit damit verbracht, zu allen Bossen und natürlich auch für Flame-Levertaren jegliche Einteilungen vorher zu schreiben. Also bei uns wissen heute schon die Spieler, in welchem Fahrzeug sie sitzen, ob sie der Fahrer sind, ob sie der Kanonier sind und was sie für eine Aufgabe haben. Und das ist auch sehr wichtig, weil dann, wenn du jetzt ein Shopperfahrer bist, dann interessiert dich tatsächlich nur das, was der Job des Shoppers ist. Und das hilft den Leuten auch, sich vorzubereiten, weil dann kann man denen von vornherein sagen, ey, du wirst bei uns der Shopperfahrer und das ist deine Aufgabe. Und dann können sich die Leute da ganz speziell drauf vorbereiten. Und gerade diese Verwüster-Teams, die, ein Verwüster kann ja mit drei Leuten besetzt werden und dieser dritte ist immer der, der auf Flammen-Levertaren hochgeschossen wird. Und die haben, was so die Kommunikation betrifft, am meisten zu tun. Weil wenn jemand oben ist, dann fällt er runter, dann gibt es einen Shopper, der ihn wieder einsammelt, zu seinem Verwüster wieder hinfährt, dann muss der Kanonier vom Verwüster in diesen Schleudersitz gehen, damit der hochgeschossen wird. Und das ist der Hauptteil des Kampfes, der Übungen benötigt. Ja, und wenn die vier Leute dann zu viert im Discord-Channel sind, dann brauchen die vielleicht so drei, vier, fünf Trice, bis die dann den Ablauf ihres Fahrzeugs verstanden haben. Und sobald jedes Fahrzeug den eigenen Ablauf verstanden hat, und das kann halt je nach Fahrzeug mal ein bisschen länger und ein bisschen kürzer dauern, dann gilt es eigentlich nur noch darum, dass jeder sein eigenes Ding macht und der Boss wird sterben. Habt ihr, also im normalen Modus, haben wir jetzt immer alle Maschinen besetzt, weil man dort ja eigentlich keinen hochschießt. Also es gibt ja von jedem Fahrzeugtyp im 25er genau fünf Maschinen, genau, und dort haben wir einfach alle besetzt. Bis auf die Chopper, da war halt jeweils immer nur einer drin und bei Verwüster und bei den Belagerungsmaschinen immer jeweils zwei. Im Hard-Mode spielt das dann wirklich so, dass ihr die Verwüster dann auch mit drei Leuten besetzt und dafür dann halt weniger Belagerungsmaschinen nehmt, oder? Genau, also grundsätzlich benutzt man im Hard-Mode fünf Verwüsterer, vier von diesen Panzern, diese Siege-Engines und vier Shopper. Das heißt, man hat einen Shopper weniger und einen Siege-Engine weniger, weil man die Leute, die normalerweise diesen fünften Shopper und fünften Siege-Engine besetzen würden, mit in die Demolisher packen muss, damit dir das halt ein Dreierteam bildet. Ähm, und, also, wen's vielleicht interessiert, alle Raid-Einteilungen, die ich geschrieben habe, habe ich auch öffentlich stehen, und wenn ihr die für eure Gilde benutzen wollt, dann könnt ihr die euch einfach bei mir rauskopieren und dann, äh, benutzt die einfach für eure Gilde. Dann müsst ihr euch den ganzen, äh, die, den ganzen, die ganze Arbeit nicht mehr machen und das selber einteilen. Mhm. Geht dazu unbedingt mal auf YouTube und gebt da mal Schniesen einfach ein. Blenden wir jetzt auch ein, oder, äh, verlinke ich, äh, zumindestens in der, in dem ersten angepinnten Kommentar und natürlich in der Beschreibung. Und klickt dort bei Schniesen einfach mal auf die jeweiligen Boss-Guide-Talks. Die gehen ein bisschen länger, aber er lohnt sich. Vor allem die Beschreibung. Und dort ist die, ähm, genannte Aufteilung drin. Also, das ist ein riesiger Mehrwert. Ähm, schaut auf jeden Fall vorbei. Ähm, und lasst ihm auf jeden Fall ein Abo da. Spart ihr euch Zeit ohne Ende. Und würde sich vermutlich auch euer Raid-Leiter freuen, wenn ihr da schon mal mit solchen, ähm, ja, ich nenne es mal Aufteilungen kommt, die ihr Copy-Pasten könnt und die Schniesen einfach jedem zur Verfügung stellt. Also ist jedem nicht Hardcore, also ist jeder nicht Hardcore-Gilde, die sowas selbst macht, absolut zu empfehlen. Ja, also, ähm, das sind auch keine normalen Boss-Guides. Äh, die sind, also ich erzähl zwar in jedem Video ganz genau, was in jedem Fight passiert, aber die sind auch gerade für eure Raid-Leiter hilfreich, da ich das aus der Sicht des Raid-Leiters erkläre. Ich erklär das da so, wie ich's meinem eigenen Raid erklären würde. Und, ähm, alle Einteilungen zu den Bossen habe ich dort so umgeschrieben, dass ihr die wirklich für euren Raid benutzen könnt. Ihr müsst dann einfach nur den Namen eures Spielers in das entsprechende Feld reinschreiben und, äh, ihr seid in fünf Minuten fertig, quasi den Boss anzufangen. Und ihr wisst direkt, ohne dass ihr es selber herausfinden müsst, wann benutze ich den Cooldown, wann benutze ich den Cooldown und so weiter. Also gerade Raid-Leiter, für euch ist das sehr interessant. Also, bei Schniesen vorbeischauen und ihnen bitte direkt ein Abo da lassen. Lohnt sich auf jeden Fall. Äh, lass uns mal weitermachen mit, ähm, XT002, äh, D-Konstruktor heißt er, glaube ich, auf Deutsch. Das ist der nächste Boss mit einem Hard-Mode. Ignis und die Klingenschuppe, oder der Klingenschuppe, äh, haben keinen Hard-Mode, deswegen überspringen wir die beiden jetzt einfach und machen bei dem großen Roboter einfach weiter. Der normale Modus ist ja, ich würde mal sagen, relativ einfach, da man, oder die meisten Raids oder Gilden ja schon so viel Schaden machen können, dass sie sehr schnell in diese Herzphase kommen. Was ändert sich denn beim Hard-Mode? Also beim Hard-Mode, ähm, ändert sich grundsätzlich nicht allzu viel von den Mechaniken her. Ähm, der Hard-Mode aktiviert sich, sobald man das Herz tötet. Also ab 75% Boss-HP schmeißt er ja sein Herz aus seinem Torso raus und ihr könnt das angreifen. Und sobald ihr das Herz getötet habt, heilt sich der Boss wieder auf 100% voll und ihr startet mit dem Hard-Mode. Im Hard-Mode ist es halt so, dass der Boss sehr viel mehr Leben hat und auch alle Fähigkeiten sehr viel mehr Schaden machen. Das heißt, dieses Tantrum, wo er auf den Boden kloppt und dem Raid Schaden macht, macht im Hard-Mode 120% HP von jedem eurer Spieler im Raid weg. Ähm, und das jede Minute. Das heißt, ihr müsst dort sehr stark den Raid heilen. Und zusätzlich, die nächste Fähigkeit, die kommt, ist, im normalen Modus müsst ihr ja schon diese Gravity-Bombe und die Lichtbombe rausbringen. Jetzt ist es so, dass die Gravity-Bombe eine schwarze Void-Zone hinterlässt. Was nicht ganz so schlimm ist, aber die Lichtbombe, die hinterlässt so einen kleinen Funken. Und dieser Funke, der macht im Umkreis um sich selber relativ großen AOE-Schaden. Und, ähm, mit dem, den Funken zu handeln, ähm, das ist schon ein bisschen schwieriger, weil der Tank sehr viel mehr zu tun hat, weil er die die ganze Zeit taunten muss. Was aber das größte Problem ist an XT, und deswegen ist das der einzige Boss, wo ich denke, dass keine Gilde auf der gesamten Welt diesen Boss in den ersten 1, 2, 3, 4 Wochen überhaupt töten wird, dass der Boss so viel HP hat und die Schadensanforderung so hoch ist, dass der Boss einfach nicht tötbar ist. Und da nur als kleines Beispiel, wenn ihr XT im 10er, da ist der tötbar, da müssen eure DDs mindestens 6500 DPS machen. Im 25er müssen sie fast 10.000 DPS machen, um den Boss zu legen, und das ist mit aktuellem Gear überhaupt nicht möglich. Also, der wurde schon genervt auf dem PTR, aber, ja, nicht genug. Hat das nicht gereicht? Also, als der PTR nochmal live ging, habe ich gelesen, dass er den Nerf bekommen hat. Hat das nicht gereicht? Ist er immer noch unlegbar? Also, wir haben XT auf dem zweiten PTR im Hard Mode gemacht, und wir haben dort natürlich ein bisschen gerechnet und wir brauchten Bloodlast für die Herzphase, also Bloodlast und Cooldowns für die Herzphase, da das Herz sehr viel HP hat. Und ich finde, das ist auch eine coole Mechanik, weil das so ein Rennen gegen die Zeit ist. Aber danach hatte man natürlich kein Bloodlast mehr ab und die CDs wurden gezogen, was im 10er anders ist. Im 10er kriegt man das Herz nämlich ohne das Tod. Und der Boss hatte dann so viel HP, dass jeder einzelne Spieler, wenn er einfach nur auf einem Fleck stehen würde, um Schaden machen kann, 9680 DPS bräuchte. Dazu kommt aber noch, dass diese Funken, die aus jeder Lichtbombe spawnen, eine Viertelmillion HP haben. Und die kommen ungefähr alle 10 Sekunden. Das heißt, dort habt ihr noch mal 4, 5 Millionen HP, die ihr runterbringen müsst. Plus die Spieler müssen sich ja auch noch bewegen, um mit den Bomben rauszulaufen. Das heißt, overall bräuchtet ihr als einzelner Spieler in dem Fight so um die 10.000 DPS und das über fast 6 Minuten. Und das ist rechnerisch tatsächlich impossible. Nicht möglich. Aber dann gibt's ja gar keinen Ulduar ist clear nach 2 Stunden. Doch, weil Ulduar ist tatsächlich clear von Warcraft Logs aus und auch von Blizzard aus, wenn ihr Jog plus 0 und Algalon tötet. Ach so. Soweit ihr die beiden Bosse tötet, wird die gesamte Instanz als besiegt angesehen. Ich dachte, dort zählen alle Hardmodes mit rein. Nein. Also da nur, um das ganz kurz aufzuklären, für den World First braucht man nicht Ignis, man braucht nicht Klingenschuppe, man braucht Flame Leviathan nicht im Hardmode, XT nicht im Hardmode, Vesax braucht man auch nicht im Hardmode. Das sind die Bosse, die man nicht im Hardmode machen muss. Man muss tatsächlich nur das Iron Council, also die Versammlung des Eisens, die vier Keeper, Jogsaron plus 0 und Algalon töten. Ah, okay. Warum zum Beispiel nicht Vesax, also den vorletzten Boss? Warum brauche ich da keinen ... Also nur kurz, klar, wir springen gerade den Rahmen und gehen gerade ein bisschen vom Thema weg, aber nur so in ein, zwei Sätzen. Warum den nicht? Das hat einen Sinn und Warcraft Logs hat da auch sehr viel drüber diskutiert, und zwar sind das die Server First Titel. Die Server First Titel bekommst du, sobald du Jogsaron plus 0 legst und Algalon. Das gibt dir die Server First Titel. Und um das zu erreichen, musst du gewisse Bosse, die ich gerade aufgezählt habe, nicht im Hardmode machen. Und wenn du sie nicht im Hardmode machst, bist du sehr viel schneller bei Jogsaron und Algalon. Hätte jetzt Warcraft Logs gesagt, ihr müsst alles machen, dann hätten die meisten Gilden gesagt, ja, hier, Pustekuchen, das ist mir egal, ich renne einfach sofort dahin, weil mir der Server First Titel wichtiger ist als der World First Titel. Und dann hat Warcraft Logs halt gesagt, okay, wir machen das genau so, wie es Blizzard quasi vorgibt und passen das Race to World First an die Server First Titel an. Okay, alles klar. Also da geht es prinzipiell wirklich um die In-Game-Erfolge. Genau. Die spielen da voll mit ein. Weil wenn man alle töten müsste, dann wäre es halt schwierig, dann müssten sich die Besten Gilden der Welt halt überlegen, okay, gehen wir jetzt eher auf Server First oder auf das eine. Und das wäre halt, ja, das wäre halt auch nicht cool. Wäre blöd. Ja, gebe ich dir recht. Alles klar. Dann danke für die Aufklärung und dann lass uns mal zu XT-02 zurückkehren. Gibt es irgendwie spezielle Tipps? Also ich würde jetzt mal behaupten, dass man bei, wenn der dicke Raid-Schaden kommt, wie heißt es auf Deutsch? Wie heißt es auf Englisch? Ja, Tantrum heißt das. Da müsst ihr Dev-CDs von Paladin zum Beispiel ready haben. Das Gute ist, fast jeder Raid von euch hat drei Paladine im Raid. Meistens irgendwie ein Heiler oder zwei Heiler und ein Tank oder ein Heiler, ein Rett, ein Tank. Und wenn ihr drei Paladine habt, dann habt ihr für jedes dieser Tantrums auch ein Raid-Cooldown. Und den müsst ihr dann einfach nur einteilen, dass ihr sagt, okay, du machst den ersten, nur den zweiten, nur den dritten. Und dann reicht der Cooldown auch, um das immer wieder zu wiederholen. Und das hilft schon mal sehr, um dort den Schaden abzufangen. Alles klar. Ein betäubender Koller jetzt hat. Ja. Heißt das auf Deutsch, ja. Das ist dann immer, wenn man so viel mit den Englischen und dann spricht man das Englische auch noch falsch. Betäubender Koller ist das auf jeden Fall. Okay, alles klar. Also du würdest auf jeden Fall sagen, wenn ein betäubender Koller kommt, auf jeden Fall Raid-Cooldowns haben. Ähm, sei es jetzt irgendwie der Raid-Sec vom Paladin, also dass man für sechs Sekunden diese 20 Sekunden Schaden vom kompletten Raid nimmt. Oder kann man auch Jesus einteilen? Oder gibt's noch andere außer denen? Also, die Raid-Sec ist der wichtigste Cooldown. Also der muss immer ab sein. Und dann kann man ganz klar auch noch vom Priester die Hymne mit reintun. Oder die eigenen Cooldowns von euch selber. Also das ist eine Sache, die werdet ihr spätestens in den Hard-Modes lernen müssen. Dass ihr die Cooldowns, die euch selber gegeben sind, jetzt nur als Beispiel vom Todesritter das Anti-Magie-Schild oder vom Schurken das Feint oder sowas, dass die euch sehr, sehr viel weiterhelfen. Und wenn ihr einfach auf euch selber den Schaden minimiert, helft ihr euren Raid damit enorm. Also wirklich enorm. Und so ein Gesu würde ich in dem Fall immer benutzen, wenn ihr irgendwie auf 10% seid, so als Oh-Shit-Button, der euch noch mal vorm Tod rettet. Okay, alles klar. Also a Raid-Sec ist so gesehen die heilige Opferung. Ähm, und da gibt's ja dann das Talent heiliger Wächter, nur für die ganzen deutschen Zuschauer. Das ist, glaub ich, in der vierten Reihe vom Schutzbaum. Und genau. Da hab ich auch was gelernt. Ich hätte es auf Deutsch auch nicht sagen können. Ja, ich hab's grad noch mal aufgemacht, so nur, dass jeder versteht, von was wir hier überhaupt reden. Okay, gibt's sonst noch irgendwas Wichtiges bei XT-002? Ja, euer Tank wird viel zu tun haben, da ihr den Boss mit einem Tank macht und dieser Tank, äh, a viel, viel Aggro auf dem Boss machen muss und alle 10 Sekunden ungefähr diesen, diesen Funken von der Lichtbombe zu sich taunten muss. Also ich fand den Fight als Tank super cool, weil man die ganze Zeit irgendwie was zu tun hat. Ähm, aber ja, man hat da einiges zu tun. Also wenn ihr da der Tank seid, macht euch schon mal bereit, äh, eure, eure Spott-Glüfe reinzumachen, damit eure Spots auch nicht missen oder verfehlen, ne? Alles klar. Perfekt. Ja, dann gehen wir doch direkt mal weiter zum, zum Versammlung des Eisens. Die drei, äh, Wächter, die dann, ähm, vor dem großen Raum Richtung Uldur noch stehen. Besser gesagt, das ist so, glaub ich, der allererste Boss in der Vorkammer von Uldur. Davor war sie die, zählte dieser Abschnitt zur Belagerung von Uldur und das ist dann der erste Boss in der Vorkammer. Genau. Und genau, da hatten wir ja in dem Video, ähm, von, äh, vermutlich gestern wird's rausgekommen sein, da wo wir die normalen Bosse durchgesprochen haben, ähm, haben, sind wir schon ein bisschen auf den mit eingegangen und jetzt im Hard-Mode, wie löse ich denn hier überhaupt den Hard-Mode aus? Also, es ist bei dem Boss so, dass je nachdem, welchen dieser drei Bosse, die dort stehen, ihr wann tötet, ihr den Hard-Mode auslöst. Und der Hard-Mode, wo ihr dann auch mehr Loot für bekommt, ist, wenn ihr den Stahlbrecher, also diesen großen, eisernen Zwerg zuletzt tötet. Ähm, bei dem Fight ist es ja so, dass, wenn ihr einen Boss tötet, gewinnen die anderen Bosse eine Fähigkeit hinzu. Und diese Fähigkeit, die der Stahlbrecher halt als letztes dazu gewinnt, das macht diesen Boss-Fight halt so schwierig, ähm, und hat einen sehr hohen Frustfaktor, dieser Kampf. Und ist auch sehr schwer. Ja. Äh, was ist denn bei ihm grad die letzte Fähigkeit, die im Hard-Mode dazukommt? Also, die letzte Fähigkeit, die er dazubekommt, ist, dass, wenn jemand aus eurem Raid stirbt, heilt sich der Boss um 40% hoch. Und der wird dadurch um 25% stärker. Das Problem daran ist, dass noch eine Fähigkeit quasi damit impliziert ist, und zwar, dass euer Tank nach 25 Sekunden automatisch stirbt. Das heißt, ihr werdet auf jeden Fall Tote haben. Und der Schaden, den ihr benötigt, um den Stahlbrecher zuletzt zu töten, ist halt sehr hoch. Weil sonst kommt ihr da in so eine nicht endende Spirale, wo ihr quasi Schaden auf den Boss macht, und der haltet sich wieder hoch. Und ihr macht Schaden, und der haltet sich wieder hoch. Und jedes Mal, wenn einer stirbt, wird der Boss halt stärker. Bis zu dem Punkt, dass die Tanks einfach nur noch einen Schlag kriegen und tot sind. Habt ihr bei dem Boss, oder habt ihr den Boss auf den PTA gelegt? Wir haben den Boss nicht gelegt, aber so weit gespielt, dass wir uns sicher sind, dass wir ihn auf den Live-Server legen. Weil bei uns war's ja auch so, wir hatten jetzt nicht wie Fusion irgendwie 20 Stunden pro Tag. Das heißt, wir mussten die Zeit, die wir haben, gut einteilen. Und mein Ansatz, oder von unserem Raider-Ansatz war, wir wollen jeden Boss bis zu dem Punkt spielen, wo wir alle Fähigkeiten gesehen haben. Und wir wissen, wie wir damit umgehen. Dann hätte es wahrscheinlich auf dem PTA, je nach Boss, noch mal 30 Minuten oder eine Stunde gedauert, bis der Boss dann tatsächlich tot gewesen wäre. Das hätte uns aber nicht geholfen, da wir dann Zeit für andere Bosse verloren hätten. Also ich hab gesehen, dass Fusion, glaub ich, 8 Stunden für den gebraucht hat. Also schon unfassbar viel Zeit. Und die musst du natürlich erst mal haben. Gibt's hier auch, als irgendwie so aussah, dass ich Raid-Cooldowns ziehe, gibt's hier andere spezielle Tipps, die man allgemein beachten kann oder sollte? Fällt dir grad was ein? Ja, also das wirklich Wichtigste für diesen Bossfight ist, dass ihr für die letzte Phase, wenn ihr quasi nur noch gegen den Stahlbrecher tankt, Cooldowns für eure Tanks einteilt. Das ist, Phase 1 und 2 ist nicht schwer, die werdet ihr alle hinkriegen. Und ihr werdet zu 90% eurer Zeit, wo ihr an dem Boss seid, in Phase 3 quasi wipen. Und der Hauptgrund davon ist, dass einer eurer Tanks stirbt, oder zu früh einfach stirbt, bevor er den Debuff vom Boss bekommt, dass er sowieso sterben wird. Und das liegt einfach daran, dass er zu dem Moment kein Cooldown abhat. Weil der Boss macht ja auch schon in den anderen Versionen diesen Fusion-Punch. Ich weiß leider gerade nicht, der Fusionsschlag. Ja, Fusionsschlag. Und da die Bosse ja, wenn einer stirbt, immer mehr Schaden machen, macht dieser Fusionsschlag in der dritten Phase sehr viel Schaden. Und wenn ihr dort nicht einen Cooldown für euren Tank benutzt, also einen Schildwall oder Schmerz unterdrücken, dann wird euer Tank zu 100% sterben, weil das Ding macht so 45.000 bis 50.000 Schaden. Ähm, und ja, da muss immer ein Cooldown ab sein. Und auch als Hilfe, euer Tank, der am Anfang den Stahlbrecher tankt, der darf ruhig Nature Resi, Natur Resistance anziehen, sodass er so 219 plus hat. Das hilft auf jeden Fall, weil Agro ist egal, der steht da 3-Phasen oder 2-Phasen am Boss und kann Agro generieren und dort einfach den Schaden von einem maximal 45.000 Schlag auf irgendwie 37.000 zu reduzieren, ist Gold wert, da die meisten Tanks so um die 40.000 HP haben. Ähm, benutzt man Naturwiderstand dann aber nur im Hardmode? Also im normalen Modus eher weniger, oder? Hm, auch im normalen Modus hilft das. Also das ist einfach eine Sache, die hilft und nicht wehtut. Also grundsätzlich ist bei dem Fight sowieso angesagt ein Natur Resistance Totem oder die Aura vom Jäger anzumachen. Auf jeden Fall, weil es tut nicht weh. Und genauso wie im normalen ist es auch, ähm, dass, dass das auch auf dem Tank einfach jetzt nicht wehtut. Wenn ihr euch dazu entscheidet, den Stahlbrecher zuerst zu töten, dann ist die Agro, die der Tank braucht, natürlich ein bisschen wichtiger und der Boss macht generell nicht so viel Schaden. Aber Naturwiderstand sie hilft immer. Wenn's auch nur eine Verzauberung auf dem Rücken ist, ja, es hilft. Okay, also das meinte ich grad eben mit, wenn dazu, also wird der, der, der leichteste normale Modus, da braucht man doch, äh, jegliches Equipment oder, äh, jegliche Stats, ähm, dass man vor allem die Agro halten kann. Genau. Aber für den Tank ist das immer so ein, so, so ein, ja, so ein Tanz auf der Klinge. So, weil es heißt immer, dass man so viel Agro macht wie nötig und danach halt, ähm, so viel Schaden reduziert wie möglich. Ja, und da ist das genau dasselbe. Wenn ihr merkt, okay, ihr braucht ein bisschen mehr Agro, dann habt ihr natürlich in euren Rates immer die Möglichkeit, einen Schurken, äh, einzuteilen, der euch einen Schurkenhandel gibt oder einen Hunter, der euch, äh, das Mr. Rack gibt und das reicht in der Regel immer aus. Sollte das aber nicht reichen, dann, ja, dann geht vom Naturresi weg und, äh, zieht euer normales Gier an. Das ist im Normal-Mode nicht so schlimm, da der Stahlbrecher zuerst stirbt. Gibt's dort spezielle Items? Also klar, die, die Verzauberungen, aber hast du, gibt's irgendwie spezielle Items, die man sich herstellen lassen kann? Muss ich gestehen, hab ich jetzt nicht auf dem Schirm gehabt, aber da... Ja, Items hab ich jetzt auch nicht so richtig auf dem Schirm. Was euch aber hilft, ist, wenn ihr halt natürlich die Aura anhabt, dazu nehmt ihr und das wäre, also das, das ist ein großer Tipp, besorgt euch jetzt schon mal die, äh, die Flask, die euch 50 Resistenzen auf alles gibt. Die hilft in extrem vielen Kämpfen im, im Progress, dass ihr die Bosse legt. Ja, und wenn ihr dann noch diese Flask benutzt und zusätzlich halt irgendwie die Rücken-VZ oder ich glaub, es gibt noch ne VZ, dann habt ihr genug. So, ihr müsst dann nicht extra Items anziehen, die das noch drauf haben. Aber es lohnt sich halt, also es würde sich, klar, jetzt ist nicht mehr so viel von Phase 1 da, aber es würde sich auf jeden Fall lohnen, wenn man, äh, etwas Ersatzequipment hat, nur, dass man halt nicht immer die Verzauberungen switchen muss. Äh, wenn man das hat, ja, aber ich habe, äh, also meine Vorbereitung für Ulduar ist, dass ich A, meine Taschen voll habe mit allem Möglichen, was ich brauche und es gibt ja durch Ingenieurskunst den tragbaren Briefkasten und dort habe ich alle Verzauberungen in mehrfacher Ausführung bereit, dass einer im Raid einfach nur im Briefkasten stellt, ich switch meine Verzauberung oder meine Glyphe und, äh, kann der Raid weitermachen. Okay. Alles klar, es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Tipp. Also vor allem der, der mit den Flasks, äh, kann ja dann, wie du auch schon meintest, bei diversen Bossen dann, ähm, noch weiterhelfen. Also bei, bei, bei diversen Hard-Modes. Bei den normalen, würde ich jetzt fast sagen, nicht so ganz relevant, aber auch nützlich, aber da gehen die Standard-Flasts der jeweiligen, äh, Klassen oder beziehungsweise Ausrichtungen auch, aber bei diversen Hard-Modes können sie schon, ähm, sehr hilfreich sein. Kommen wir aber sicherlich dann bei den späteren Bossen, wo die benötigt werden, dann auch nochmal dazu. Hast du noch was zum, zu, zu der Versammlung des Eisens, sonst würde ich weitergehen? Ähm, einfach nicht, äh, ausrasten, wenn ihr zum 30., 40., 50. Mal bei 2% Boss-HP denkt, ihr habt den Boss und ihr habt ihn nicht. Das wird euch passieren. Guter Tipp, alles klar. Perfekt. Dann lass uns hier, ähm, mal weitermachen mit Hodir, ähm, Kologan, also der Boss, der dazwischen kommt und die Auriaia, ähm, haben keinen Hard-Mode, deswegen werden die hier einfach übersprungen. Auf die sind wir aber in dem Normal-Mode-Video eingegangen. Ähm, bei Hodir ist es ja so, dass man den Boss binnen, äh, äh, zwei Minuten legen muss. Ähm, das ist der, also so aktiviert mehr den Hard-Mode-Loot. Genau. Kannst du was dazu sagen? Habt ihr, also ihr seid Hodir ja auch auf dem PTR angegangen. Ja. Was sind so deine Erfahrungen? Also, ähm, der Kampf selber ist genau der gleiche wie im Normal-Mode und, äh, wie Dauro schon gesagt hat, das Einzige, was sich ändert, ist, dass ihr ihn sehr schnell töten müsst. Und, um das zu erreichen, werdet ihr diesen Kampf, mit einem Tank spielen und mit nur zwei Heilern. Ähm, weil ihr einfach so viel Schaden braucht, dass ihr euch nicht erlauben könnt, einen dritten Heiler zu benutzen. Der, der Schlüssel, um den Kampf zu schaffen, ist es, die Buffs, die die NPCs geben, perfekt zu spielen. Und, ähm, um das zu erreichen, müsst ihr diese NPCs so schnell wie möglich aus dem Eisblock rausholen. Und, da könnt ihr schon, bevor der Kampf überhaupt anfängt, auf die Eisblocks, äh, den, den Fluch der Elemente drauf machen. Oder, äh, der Curse of Doom. Das pullt den Boss alles nicht, aber das könnt ihr quasi schon auf die Eisblöcke machen, bevor der Kampf überhaupt losgeht. Und, dann sind die allerersten Eisblöcke schon mehr oder weniger fast instant rausgeholt, wenn der Kampf losgeht. Und bei Hodir geht's wirklich darum, jede, jeden Schadenspunkt, den man irgendwie rausholen kann, und jede Sekunde, die man sich safen kann, äh, auch rauszuholen. Und, wie ich grad schon gesagt hab, der Key dazu sind die Buffs. Und zwar muss das Feuer, so schnell wie es geht, hochgestackt werden. Das macht 25 Stacks auf einen Boss, der insgesamt dann 50% mehr Schaden, äh, von jedem Spieler kriegt. Das zweite ist diese Lichtstrahlen, das heißt, die Range-DDs und auch die Milis sollten so lange und so viel wie möglich in den Lichtstrahlen stehen, aber der Buff, der übers Scheitern oder nicht Scheitern bestimmt, ist der, ähm, ist dieser Blitz-Buff von den Schamanen, womit ihr halt durch den Raid laufen könnt, und der springt auf sechs Spieler über, und die Spieler kriegen dann 135% mehr, äh, kritischen Schaden. Und, wo wir den auf dem PTR gemacht haben, ähm, haben wir ganz am Anfang natürlich, wie ihr auch, äh, erstmal ein bisschen rumprobiert, und erst als wir diesen, diesen Blitz-Buff vom Schamanen wirklich perfektioniert haben, kamen wir in die Nähe davon, den Boss zu töten. Und, also das ist die Regel Nummer eins, der Blitz-Buff muss perfekt gespielt werden. Wenn er in den Ranges kommt, perfekt für euch. Es kommt aber ganz oft auch so, dass er in den Milis kommt, und diese Milis, wenn die dann nicht sofort raus sprinten, am besten mit den Nitro-Boots vom Ingenieur, dann kann man eigentlich sofort sagen, ablegen. So, weil das ist wirklich, selbst wenn ihr in den besten Gilden spielt, und ihr wollt den in Woche eins legen, jetzt mal nur als Beispiel, dann legt ihr den bei einer Minute und 59. Und das Schwierige daran ist halt, der Bossfight hört dann nicht auf. Wenn ihr eine Sekunde länger bleibt, dann habt ihr's halt nicht geschafft. Also, die Buffs ist das A und O bei dem Fight. Also hier wirklich im Vorfeld einteilen, ähm, und vor allem verstehen, welcher NPC natürlich welchen Buff macht. Ähm, wenn du sagst, wenn's die Milis haben, also ihr schaut, dass das vor allem immer die Caster bekommen, oder? Also der Mili rennt dann zu den Castern. Ja, genau, weil die Milis machen bei dem Bossfight natürlich auch ein bisschen mehr Schaden als sonst, aber nicht viel. Aber die Caster, die explodieren bei dem Kampf. Also, nur mal so, wahrscheinlich werden eure Caster jetzt in so einem Raid bei so einem Boss vielleicht, weiß ich nicht, zwischen 5 und 8000 Schaden machen. durch diesen Blitz-Buff in Paarung mit den anderen Buffs macht so ein Feuermagier da mal ganz entspannte 25.000 DPS. Und auch alle anderen Range-DDs, Eule, Hexer, äh, Shadow Priest, die fahren alle so 15.000 bis 20.000 DPS, wenn sie die Buffs perfekt kriegen. Wenn die Buffs nicht perfekt laufen, also der Unterschied zwischen einem perfekten Blitz-Buff und keinem perfekten ist, dass euer Feuermagier 10.000 Schaden macht, wenn er keinen perfekten Blitz-Buff bekommt. Und wenn er einen guten bekommt, macht er 25.000 bis 30.000 DPS. Ist dann der Hard-Mod von Hodya nicht auch ein bisschen random? Also ein bisschen zufällig, weil wenn ich jetzt Glück hab und genau die richtigen Caster, also als Beispiel, den Buff abbekommen und wenig Milis rennen müssen oder der Boss nicht immer umpositioniert werden muss, dann könnte es mir deutlich leichter fallen, wie wenn der siebenmal nacheinander in den Nahkämpfern Also wenn es in den Nahkämpfern ist, ist es mit guten Spielen nicht random, weil die können ja sehr schnell nach hinten rausgehen und den Buff in die Ranges geben. Der einzige Random-Faktor ist, wenn der Tank den Blitz-Buff bekommt, weil der hat nicht die Möglichkeit, mal eben in die Caster reinzurennen. Das heißt, wenn der Tank diesen Blitz-Buff bekommt, womit er andere Spieler bufft, sofort sagen, ablegen. So, aber wenn das Milis bekommen, den kriegt man schnell genug in die Ranges rein, weil es kommen immer zwei Blitz-Buffs gleichzeitig und jeder davon bufft sechs Spieler. Das heißt, in der Regel kriegt man immer, selbst wenn mal einer in die Milis geht, es kriegen den dann genug Range-DDs ab. Und wenn ihr euch es da einfacher machen wollt, nehmt weniger Milis mit, falls ihr das irgendwie könnt, weil ich weiß, in vielen Gilden geht das nicht, und nehmt mehr Caster, gerade Caster-DDs mit. Habt ihr, wenn du sagst, ihr spielt den echt nur mit zwei Heilern, was spielt ihr dann? Paladin und Diszi Priest. Genau. Und das hat auch einen ganz speziellen Grund, und das ist ja das, und das passiert ja auf dem Normal-Mode genauso, weil es ist ja derselbe Fight. Nachdem diese Schneedecken von der Erde prasseln, wo ihr dann draufhüpfen müsst, macht der Boss ja seine Frozen Blows, ausgefrorenen Schläge wahrscheinlich, irgendwie so heißt das, und dann macht der Boss für 20 Sekunden lang 70 Prozent, also er verringert seinen physischen Schaden um 70 Prozent, aber erhöht, ähm, oder macht mit jedem weiteren Schlag 30.000 Frostschaden, plus der gesamte Raid bekommt alle zwei Sekunden für 20 Sekunden 4.000 Schaden. Und dafür, damit man da jedes abfangen kann, braucht man zwei Paladine, die bei jedem zieht einer eine Raid Sack, und der Heilparler kann dann noch seine Auren Mastery anmachen, mit der Frostresistenz, die das auch reduziert. Und für den Disci Priest, es würde vielleicht auch mit dem Holy Priest gehen, aber ein Priest ist wichtig, weil der Boss in verschiedenen Abständen alle Spieler im Umkreis von 10 Meter um einen herum in eine Frostnova packt. Und nur der Disci Priest hat als, oder der Holy Priest hat als Heiler die Möglichkeit, mit einem Massendispel die Leute alle rauszuholen. Weil wenn man zu lange, äh, in der Frostnova steht und man diese Eisbrocken auf den Kopf kriegt und dieser stapelbare Debuff hochstackt, dann kriegt man einfach zu viel Schaden. Sonst noch, ähm, spezielle Tipps, die man, die man vielleicht, vor allem auch Schadensausteiler beachten soll. Klar, ich muss, muss immer schauen, dass dieser Schamanen-Buff, dass ich dort, so gut es geht, immer drinstehe, dass ich vielleicht auch immer beim, beim, beim Feuer bin, dass ich casten kann, ähm, oder so gut es geht zumindest, sonst gibt's da sonst noch irgendwas anderes, wo du sagst, hier vor allem, ähm, auch die Schadensausteiler oder gehen auch die anderen Ausrichtungen? Also, ähm, ein Tipp ist vielleicht, dass man eure, also, dass da die Schadensmacher so viel Schaden machen, hat man es als Tank sehr schwer, die Argo zu halten. Es ist, wenn ihr den Hardmob macht, vollkommen okay für euch als Tank, eure defensiven Trinkets gegen offensive Trinkets zu tauschen und euren Schurken zu fragen, ob ihr euch einen Schurkenhandel gibt. Weil sonst habt ihr als Tank überhaupt nicht die Möglichkeit, gegen 30.000 DPS oder was da auch überall rüberkommt, äh, die Argo zu halten. So, das wäre noch ein Tipp. Und der aller, aller wichtigste Tipp, und ich kann's nur wirklich runterbeten, probiert diesen Blitz-Buff zu min-maxen. Das ist der absolute Schlüssel. Ähm, spiel ich hier als Tank mit der Widerstand-Flask oder hab ich hier meine Standard-Flask drin? Ähm, also, ich spiele als Tank dort mit einer Damage-Flask, also ich switche dort zu dem Stärkefläschchen und dem Gift of Arthas, äh, die Gabel von Arthas oder sowas heißt das. Das ist ein, äh, ein defensiver Pot noch aus Classic, der den, den, äh, Nahkampfschaden pro Schlag um acht erhöht. hört sich nicht viel an, aber ist mehr als gar nix, ja, und bei Hodi geht's halt wirklich darum, jeden Punkt an Schaden rauszuholen. Also, ich steh dort als Tank sehr, sehr, sehr offensiv. Okay. Klasse, ja, da kann ja dann nichts mehr schiefgehen. Also, vorausgesetzt man, man, ähm, man timet und man kontrolliert diesen Schamanen-Buff gut, also so wie du's jetzt mehrfach wiederholt hast, scheint das ja schon wirklich einer der Hauptdinge zu sein, um den dann wirklich, ähm, binnen zwei Minuten zu töten. Ich glaub, wenn er dann genervt ist, sind's drei Minuten, also wir sagen bei unserem Guide versehentlich auch drei, das hab ich dann gleich oben angepinnt und verbessert. Äh, ihr seid da aber nicht falsch, also, der, der war auf dem Live-Server damals nur für zwei Tage oder so auf zwei Minuten. Genau. Und Blizzard selber hat diese zwei Minuten nur eingeführt, weil ein YouTuber gesagt hat, das wären zwei Minuten. Ja, die haben den seinen Stream geguckt und der hat gesagt, ja, ich glaube, das müssten zwei Minuten sein und dann hat sich Blizzard gedacht, ja, warum nicht, lass zwei Minuten machen. So, weil auf dem Live-Server war er zwei Minuten dreißig und wurde dann auf drei Minuten genervt, aber der war nie wirklich auf zwei Minuten. Ja, okay, also, ich hatte das aus allen Quellen so, ich hab mich daran erinnert, aber irgendwie dachte ich mir dann, als ich, ähm, nee, es kam sogar ein Kommentar rein, der dann gesagt hat, hey, das sind zwei Minuten. Ich so, oh Gott, also sowas hasse ich, ja, würde ich jetzt gar nicht, gar nicht näher drauf reingehen, also ich probiere mich da schon wirklich tot zu fuchsen und schon, dass man es halt in kurzer Zeit so viele Infos wie möglich, also so ins Detail, wie wir heute gehen, kann ich nicht, sonst geht das Video zu lang, ähm, aber dafür sind wir heute da, ähm, aber ja, mich hat schon gewundert. Ähm, hast du noch was zu holen, sonst würde ich einfach mal weitergehen? Nö, nur, wenn ihr Besserungsgear habt, wird der sehr viel einfacher, also stresst euch nicht, den irgendwie schnell zu töten, wird sehr viel einfacher mit Besserunggear. Da können wir, wenn wir jetzt die ganzen Boss auf Hardmode durchgegangen sind, ja dann nochmal kurz am Schluss ein paar Worte sagen, ähm, welchen Hardmode man zuerst angehen sollte und, äh, welchen man vielleicht lieber auf ein paar Edies später verschieben sollte. Alles klar, dann lass uns mal zu Freya gehen, ähm, hatten wir ja auch vorhin schon im normalen Modus, ähm, der Boss, bei dem man eigentlich die ersten sechs Minuten nur Edwellen besiegt und dann, äh, kann man so gesehen erst Freya selbst direkt Schaden zufügen, weil sie sich davor zu viel heilt. Ähm, was verändert sich denn im Hardmode oder wie, wie, wie aktiviere ich den denn überhaupt? Also, den Hardmode aktiviert man, indem man die Bäume, die heißen Ältesten oder Älder, die in den Ecken des Raumes stehen, nicht tötet. Das funktioniert ungefähr genauso wie bei Satarion, der hat ja auch die drei Drachen und die hat einfach die drei Bäume und die muss man am Leben lassen. So, und diese Bäume, genau wie Satarion auch, geben dann Freya, äh, zusätzliche Buffs, ja, dass sie mehr Schaden macht oder, ähm, ähm, mehr HP hat und, äh, alle Fähigkeiten machen mehr Schaden und so weiter. Also, der Fight grundsätzlich verändert sich nicht extrem vom Normal-Mode, aber alles ist einfach sehr viel tödlicher. Soll der wirklich auch, ähm, jetzt so nach meiner Beurteilung, nach einer der schwersten Hardmodes auch im komplett Ulduar sein, weil dann, weil einfach so viel aufeinander kommt, jede Sekunde passiert irgendwas, also der im, im normalen Modus passiert schon so viel und im Hardmode passiert dann gefühlt doppelt so viel und man muss auf alles aufpassen, man muss eigentlich sofort handeln, ähm, welche Fähigkeiten kommen denn dann genau dazu? So, du hast ja gerade gesagt, wenn man die drei Ältesten stehen lässt, dann gibt es ja diese Eisenast, also der eine von den Ältesten, also von diesen drei Bäumen, der eine heißt Eisenast, der andere heißt Hellblatt und der andere heißt, glaube ich, Steinrinde und wenn du den Eisenast am Leben lässt, dann, ähm, wird der verursachte körperliche Schaden erhöht, bei Hellblatt der Zauberschaden und bei Steinrinde, glaube ich, auch nochmal der körperliche Schaden, ich glaube bei Eisenast war es für die Äts und für Freya und dann gibt es ja noch drei verschiedene Fähigkeiten, die konstant immer auf den Raid wirken, es ist, glaube ich, einmal jede Minute die bebende Erde, dass der komplette, ähm, Raid massiven Schaden bekommt und wenn man castet, ähm, unterbrochen wird, gibt es da irgendwas schon mal, was man dagegen tut? Also, ich nehme an, Raid-Cooldowns? Ja, also, nochmal kurz zu diesen Eltern, ähm, die Fähigkeiten, die dazukommen, wie du schon richtig gesagt hast, ist, alles macht, oder, ja, alles macht 50% mehr, ähm, physischen Schaden und, ähm, 25% mehr magischen Schaden und die Fähigkeiten, die dazukommen, ist einmal so eine Sonneneruption, das sind drei Lichtsäulen, die zusätzlich noch irgendwo, äh, in der Nähe von Spielern erscheinen, dort auch bleiben und so pulsierenden Schaden machen, wo man rauslaufen muss, dann kommen noch diese Eisenwurzeln dazu, die ihr, glaube ich, auf dem Normal-Mode auch nicht hattet, dass Leute in Wurzeln eingepackt werden und die man zusätzlich auch noch töten muss, weil die machen auch sehr viel Schaden und die Leute können sich nicht bewegen und, wie du gesagt hast, dieses Erdbeben, was, äh, was jede Minute kommt und, äh, sehr viel Raid-Schaden macht. So, das sind die, die Fähigkeiten, die extra kommen und der Fight ist schon auf Normal-Mode sehr wuselig und auf dem Hard-Mode, dadurch, dass da diese Fähigkeiten dazukommen, wird der einfach noch wuseliger. Das heißt, man hat überall irgendwie Leute rumlaufen, es passieren die ganze Zeit konstant parallel verschiedenste Abilities und man muss sich dann noch um die Ad-Waves kümmern, die auch noch zusätzlich Abilities haben und alles trifft sehr viel stärker. Ähm, das große Problem an dem Fight ist, dass jede Ability für sich nicht tödlich ist, da die ganzen Abilities oder Fähigkeiten aber überlappen und das passiert die ganze Zeit, das ist tödlich. Das Erdbeben, was der, was der Boss macht, was jede Minute kommt, das macht so 70, 60, 70 Prozent Schaden an eurem gesamten Raid und wenn dann noch jemand in so einer Eisenwurzel steht, die zusätzlich dazukommt, dann stirbt er. Oder wenn er dann gerade in so einer Sonneneruption steht und gleichzeitig das Erdbeben kommt, dann stirbt er. Und das ist die größte Schwierigkeit bei dem Bossfight, dass man für jedes Erdbeben einen defensiven Cooldown von einem Paladin ready hat, den Raid Sack, dass so eine Überlappung der ganzen Fähigkeiten nicht mehr tödlich ist. Okay, also hier, mal angenommen, wir sind jetzt eine Gilde und wir schaffen den Boss problemlos auf Normal. Ähm, lass uns mal kurz irgendwie, also klar, kann man nicht so ganz irgendwie durchgehend sagen, bei der Hartmut-Fähigkeit müsst ihr das machen und bei der irgendwie das, ähm, aber lass uns hier nochmal kurz speziell auf diese drei Hartmut-Fähigkeiten eingehen, also Beben der Erde, äh, wie du schon sagst, benutzt man dann Raid Sack, oder wie es halt im Deutschen heißt, heilige Opferung mit dem Talent heiliger Wächter, ähm, bei dieser instabilen Energie heißt sie, glaube ich, das sind diese Licht, also diese, dieser, dieser, dieser Zauberschaden, der diesen AE-Schaden macht, einfach rausrennen, oder? Da gibt's ja dann irgendwie nicht speziell das, wo ich... Also, da muss man so schnell wie es geht rausrennen und dann gibt's ja noch die Eisenwurzeln und die halten einen Spieler fest und das ist nicht so wie die Wurzeln von einem Druiden, die dann einfach verschwinden, sondern, ihr müsst euch das vorstellen, als wären das so kleine Kreaturen, die den Spieler festhalten und man muss die töten, damit er weiterlaufen kann. So, und wer jetzt eins und eins zusammenzählt, da kommt ein Strahl von oben, der bleibt auf einem Punkt, der macht Schaden und dann gibt's noch eine Ability, die hält einen an einem Punkt fest, na, das könnte im Zusammenspiel ganz schön hart werden, ja, und das sind halt die Probleme bei dem Fight, ja, dass man manchmal vielleicht aus etwas rauslaufen kann, es aber nicht machen kann, weil man festgewurzelt ist und dann muss der Raid sehr schnell reagieren, die Leute rauszuholen. Bei diesen Wurzeln, ähm, du meintest ja, oder hast du ja auch grad eben schon erwähnt, dass das kein so ein Debuff ist, ähm, sondern ich muss es wirklich anwählen und ich muss Schaden auf diesen Wurzeln machen, dass diese wieder verschwinden, deswegen, ähm, hilft halt auch keine, ähm, wie heißt das, jetzt musst du mir als Paladin-Profi auf die Sprünge helfen, äh, also, Freiheit oder Freiheit hilft nicht und also da hilft gar nichts, ja, also es gibt ja auch das, ähm, das Blinzeln von einem Magier, was einen ja eigentlich auch aus so solchen Effekten rausholt, das hilft auch nicht und ich glaube, auch Bubble und sowas vom Paladin, also das hilft alles nicht, weil das halt wie ein, wie ein gegnerischer Mob reagiert und ihr müsst darauf einfach Schaden machen und die töten. Ähm, wenn mich jetzt jemand bei dem Boss fragen würde, wie wäre so die oberste Kill-Reihenfolge, dann würde ich ihm, glaube ich, sagen, erste Prio diese Bäume, die nach zehn Sekunden, äh, Freya heilen, die zweite Prio diese eisernen Wurzeln und die dritte Prio dann die Ads, kann man, würdest du's, würdest du's so bejahen, oder? Ähm, grundsätzlich würde ich das so bejahen, auf jeden Fall, man kann aber nicht den gesamten Raid, die diese Prio auflegen, weil wenn man jetzt allen Leuten sagt, ihr müsst auf den Baum und gleichzeitig kommen die Eisenwurz, dann würden die Eisenwurzeln zu lange dauern, bis sie rauskommen. Wir machen's halt so, dass wir ein Teil unserer, unserer Fernkampf-DDs sich um den Baum kümmern lassen, damit zum Beispiel, wenn der Baum halt mal 30 Meter vom Boss weg, äh, spawnt, dass die Meelies nicht einmal quer, äh, rüberlaufen müssen, um auf den Baum drauf zu hauen. Ja, und dann sagen wir unseren, unseren Meelies eher, okay, ihr kümmert euch ein bisschen mehr um die Wurzeln, damit wir zu jeder Zeit mit allem gleichzeitig handeln können, weil das ist kein Fight, wo ihr einfach nach so einer Liste gehen könnt, okay, jetzt als erstes das und dann das und dann das, weil ja auch diese drei Add-Wellen komplett random sind, welche zuerst kommt. Und je nach Add-Welle müsst ihr dann entweder alle zusammenlaufen oder alle auseinanderlaufen oder Mobs müssen gekitet werden. Das heißt, es gibt da eher so eine Wichtigkeitsliste, sag ich jetzt mal. Was ist wichtig, für wen und danach agiert dann jeder Spieler und nicht eine ganz klare, dieser Bossfight hat einfach keine klare Struktur. Wie würdest du den Hard-Mod von Freya so von der Schwierigkeit einschätzen, also auch eher zu den schwereren, oder? Also für die Standard-Gilde sehr schwer. Auf jeden Fall sehr schwer. Und das ist auch ein Boss, wo ich die Resistance Flast definitiv benutzen würde und vielleicht noch als Tipp dazu, das ist kein Boss, wo ihr Probleme haben werdet, dass ihr zu wenig Schaden habt. Das ist ein Boss, wo ihr Probleme haben werdet, weil ihr zu viel sterbt. Und das passiert ganz oft, weil halt zwei Fähigkeiten überlappen und ihr sterbt dann nicht irgendwie an 20.000 Schaden, der drüber über eurem Tod ist, sondern wirklich nur an so 1.000. Und wenn ihr es euch für den Progress einfacher machen wollt und vielleicht noch 30 Gold überhabt, dann nehmt einfach mal die Ausdauer-VZs für die Hosen mit oder für die Schultern oder guckt mal, dass ihr irgendwo eine Ausdauer-VZ noch auf irgendwas anderes, die Armschienen oder so machen könnt, weil sobald ihr irgendwie so 26.000, 27.000 HP erreicht, ist die Chance, dass ihr sterbt, sehr viel geringer. Das heißt auch natürlich, dass wenn ihr mehr Ulduar-Normal- Loot habt, wird der Bossfight auch sehr viel einfacher. Also dieses mehr Ausdauer, das ist auf jeden Fall ein Tipp und das werden wir selber auch im Progress in Woche 1 schon machen. Und so kann man sich ja mit diesen Verzauberungen je nach Bedarf selber ausrüsten und das machen, wie es einem dann passt. Würdest du empfehlen für Freya, vor allem für den Progress, dann auch mit Sechs-Heilern zu spielen? Ja, das ist auf jeden Fall ein Boss, der in diese Kategorie der Sechser-Sechs-Heiler-Bosse fällt. Also es tut nicht weh, dort einen Sechsten-Heiler zu haben. Es hilft. Nur wenn Leute sterben, dann sterben sie meistens so schnell, dass eventuell der Sechste-Heiler dort auch nicht geholfen hätte. Aber der Sechste-Heiler hilft auf jeden Fall, um die Gruppe generell auf 100% zu halten. Also würde ich wahrscheinlich mit Sechste-Heilern spielen, ja. Alles klar. Dann gehen wir mal weiter, wenn du nichts mehr zu Freya hast, dann würde ich fast mal zu Thorem weitergehen. Ja. Der Encounter, bei dem man sich ja trennt, die eine Gruppe trennt in den Gang, die andere Gruppe bleibt in der Arena und dann löst man den Hard-Mode ja aus nach, oder indem man binnen drei Minuten Thorem, der auf seiner, ja, auf der obersten oder auf der oberen Etage steht, indem die Ganggruppe diesen binnen drei Minuten erreicht und dann springen alle wieder zusammen runter, dann greift seine Frau namens Sif mit in den Kampf ein. Die kann nicht ins Target genommen werden, die macht einfach nur Raid-Schaden. Wie sind denn so deine Erfahrungen? Phase 1 ist genau gleich, also da gibt's keinen Unterschied, ob das jetzt Hard-Mode ist oder nicht, weil Phase 1 ja erst den Hard-Mode auslöst. Und Phase 2 ist auch ein Boss, wo man gerne einen weiteren Heiler hinzufügen kann, das macht es schon ein bisschen einfacher, da der Raid-Schaden dadurch, dass die Sif mit im Raum ist, erhöht wird, weil die ganze Zeit fliegt ein Blizzard durch den Raum und die schießt Frostbolt-Volleys, also der gesamte Raid-Schaden ist im Hard-Mode halt erhöht. Wenn ihr euch aber an die Aufstellung von dem Normal-Modus haltet, um halt diese Kettenblitze auszuweichen, dann ändert sich bis auf, dass der Raid mehr Schaden bekommt, eigentlich gar nichts an dem Fight. Und das könnt ihr halt natürlich durch Naturresistenz oder gerade im Hard-Mode mit Frostresistenz von Schamanen oder von Paladin könnt ihr das auch ein bisschen runterdrücken. Solange ihr ordentlich steht und genug Heilung habt, verändert sich der Bossfight gegenüber von Normal nicht viel. Du meintest hier ja ein sehr, sehr wichtiger Punkt, die Positionierung, also dann in der zweiten Phase, ich hab's in der dritte Phase sogar fälschlicherweise oder was heißt fälschlicherweise betitelt, ich hab diese Vorphase als Phase 1 genommen, also nur weil jemand sich grad wundert, weil ich das im Guide als Phase 1 oder Vorphase nennen, also wir bleiben hier aber mal bei der zweiten Phase, wie auch von dir genannt, sonst wird's grad ein bisschen merkwürdig. Hier ist ja wirklich das A und O die Positionierung, du teilst dann deinen Rate so gesehen, also jeder weiß in Sekunde 1 natürlich schon, wo er zu stehen hat und welcher Heiler wen zu heilen hat, also extrem wichtig die Aufteilung, oder? Ja, genau und bevor ihr den Boss macht, auch schon im Normal-Mode und erst recht dann im Hard-Mode, stellt euch schon mal vorher so auf, wie ihr das einteilt und ihr steht einfach in einem Kreis, also alle Ranged Ideas stehen in einem Kreis um die Mitte und die Meleys machen jeweils ein Camp, so ein bisschen wie ihr das von Keltu Satcham kennt, nur dass ihr diesmal ein Mele Camp steht am rechten Bein und das andere am linken Bein, denn die schwerste Fähigkeit, die einfach Leute tötet, ist ja dieser Kettenblitz und der springt ja immer weiter über und natürlich macht der auf dem Hard-Mode auch mehr Schaden als auf Normal-Mode und wenn ihr mehr als drei Spieler auf einem Fleck habt, der vierte würde sofort sterben, das heißt, egal wie ihr eure Camps aufteilt, guckt, dass nie mehr als drei Spieler auf einem Camp stehen, zwei ist perfekt, drei ist in Ordnung, vier ist zu viel, so und wenn ihr dann einfach im Kreis außenrum Camp 1, dort steht Spieler 1 und 2, dann 10 oder 15 Yards oder Meter weiter, Spieler 3 und 4 und dann macht euch einfach ein Bild oder nehmt das Bild, was ich, äh, was ich schon gepostet habe und teilt einfach die Spiele auf die Nummern auf und die Leute bleiben den gesamten Fight dort einfach stehen, so das einzige Problem ist, dass ihr im Gegensatz zum Normal-Mode halt noch diesen Blizzard habt, der im äußeren Kreis halt rotiert. Ihr könnt natürlich auch, wenn der Blizzard kommt, mal ein, zwei Meter nach vorne gehen, solange ihr nicht zu nah an ein weiteres Camp kommt, äh, weil in der Mitte kommt der Blizzard nicht und dann könnt ihr ein bisschen Schaden rausnehmen und im Endeffekt geht's bei dem Fight einfach nur darum, Schaden rauszunehmen. Ähm, ich hab's gesehen bei dir auch im Bild, ähm, ihr, ihr teilt, ähm, die Gruppen ja dann so gesehen auf neun verschiedene Punkte auf, oder? Also zwei Melee, also einmal der Tank, dann diese, oder die Tanks, dann die Melee-Gruppe hinter dem Boss und dann gibt's noch sieben verschiedene Gruppen, die um dem Boss stehen. Genau. Und, äh, da teilt ihr dann, wenn ich das jetzt richtig verstanden hab, ähm, immer drei Spieler dann noch hin, also in die jeweiligen äußeren Gruppen, oder? Genau, also es muss nicht, es muss nicht in jedem drei stehen, es kommt natürlich auch ein bisschen darauf an, ähm, wie viele Range-DDs oder wie viele Melee's ihr jetzt habt. Das Einzige, was ich euch wirklich anraten würde, ist bei dem Bossfight nicht zu viele Melee's mitzunehmen, also irgendwie acht, höchstens acht ist so die Grenze, weil ab dann wird's in der Mitte einfach zu voll, ähm, und außen ist dann halt immer zwei, ja, also erstmal auf jede, äh, Position zwei Spieler stellen und wenn ihr dann noch Leute über habt, dann tut da noch, ähm, einen dritten drauf. Als Tipp, was ich da geben kann, ist, der Ausgang, wo ihr Richtung von dem Gang geht, ist der einzige Bereich, wo nicht diese Kettenblitze hinfliegen, weil wenn ihr das, den Guide von, äh, von Mannheim-Rucksack gesehen habt, wisst ihr ja, dass von diesen, äh, Säulen am Rand diese Kettenblitze in die Mitte fliegen und danach kommt dort eine Blitzattacke hin. Und die einzige Seite, wo das nicht passiert, ist halt die Seite, wo die Treppe ist zum Gang. Und dort würde ich eure, äh, eure Holy Paladine hinstellen, die den Tank heilen, weil dort ist der Punkt, wo man sich am wenigsten bewegen muss. Und gerade für die Tankheiler ist das, äh, ja, sehr hilfreich. Sehr, sehr guter Hinweis auf jeden Fall. Ja, so dieses Bild, besser gesagt, ähm, das Video, was zu diesem Bild führt, verlinke ich euch, da haben wir ja auch vorher schon mal gesagt, also schaut da unbedingt mal vorbei, da kriegt ihr dann genau diese detaillierten Infos, die man nur von jemanden bekommen kann, der mehrere Stunden diesen Boss dann wirklich auch auf dem, ähm, PTR, ähm, mit sehr vielen Gedanken drumherum dann noch probiert hat. Aber deswegen machen wir das Video und wie gesagt, bei Schniesen auf dem Kanal gibt's da dann noch mehr dazu. Ähm, hast du sonst noch irgendwelche Tipps, ähm, die wir dann vor allem über die zweite Phase, weil du ja schon noch meintest, die erste Phase bleibt total gleich, auf die brauchen wir jetzt hier nicht eingehen, äh, bis auf die Positionierung, ähm, vielleicht hier auch irgendwie eine Widerstand-Flask, äh, rein, lohnt die sich hier, wegen dem vielen Frost, äh, Schaden, der ja vor allem von, von seiner Frau, von, von Sif auf den Raid geschossen wird? Ja, lohnt sich auf jeden Fall. Ihr habt, also der Raid-Schaden ist dort das größte Problem und der Raid-Schaden ist Frost und Natur. Und das wird beides von der Flask abgedeckt. Der, äh, Schaden, den ihr auf den Boss macht, der ist auch da nicht so essentiell wichtig, also ist jetzt nicht Hodi, wo ihr, äh, jeden DPS-Punkt irgendwie rauspressen müsst. Deswegen nehmt die Resistance-Flask und wenn ihr vielleicht ein Dudu-Tank habt, es gibt ja auch eine Tank-Ability und das ist dieser Unbalancing Strike, ähm, der die Death-Wertung des Tanks verringert und den Tank damit quasi kritbar macht. Der Dudu, der ist davon nicht betroffen, weil der Dudu kann einfach nicht gecrittet werden. Das heißt, wenn ihr einen Tank habt und, also ein Dudu-Tank und ihr wollt's euch in der Hinsicht leichter machen, dass ihr zumindest nicht diesen Tank-Wechsel habt und die Heiler einen anderen Tank heilen müssen, dann schickt einfach den Dudu da ran und der kann den ganzen Fight durchtanken. Das ist auch ein super Tipp. Schlag des Ungleichgewichts im Deutschen. Nur so als, äh, hier der, ich hab grad so ne schöne Liste von mir, da wo das da steht auswendig, weiß ich es natürlich auch nicht. Ja, sorry, dass ich, ich, ich spiel leider seit über zehn Jahren den auf Englisch und, äh, deswegen die deutschen Begriffe sind mir leider da absolut, absolut aus dem Kopf raus. Dann, ähm, haben die Leute zumindest noch den Deutschen. Sonst, sonst werden wir wieder geflamed, dass wir alles hier auf Englisch machen. Das wollen wir ja auch nicht. Sorry, Leute, sorry. Ist überhaupt kein Problem. Dann, ähm, deswegen ergänzen wir es ja dann noch schön. Also auch ein guter Hinweis. War, war mir jetzt ehrlich gesagt auch nicht bewusst, aber es ist ein sehr, sehr guter Tipp, dass man da dann mit einem Druiden-Tank, ähm, diesen Schlag des Ungleichgewichts dann so gesehen, also diesen, diesen Tankwechsel dann einfach umgehen kann. Ja, klasse. Wegen Sith selbst, bis auf den Widerstand, man, man kann nicht viel dagegen tun, oder? Die, die... Man kann gar nichts dagegen tun. Also die, die schießt ja dann, äh, Frostblitzsalven und macht ne Frostnova und ein Blizzard und das sind die drei Abilities, ähm, denen man dann halt irgendwie in, in, oder begegnet in dem Moment, aber muss man dann halt einfach ausharren, oder? Also besser als Widerstand gegen Heilen und so weiter. Ja, das Einzige, was man halt machen kann, ist dem Blizzard ausweichen. Wie gesagt, der, der rotiert nur im hinteren Teil des Kreises, also Richtung Mitte ist der nicht. Äh, ihr könnt das vielleicht so ein bisschen erkennen, die Mitte ist ein bisschen heller von den Fliesen her und der äußere Rand ein bisschen dunkler. Der Blizzard läuft da, wo es dunkler ist und wenn ihr jetzt an einer Position seid, wo es euch, also außen an einer Position seid, wo es euch möglich ist, näher in die Mitte zu laufen, weil ihr dort keinem Mealy oder Tank in die Quere kommt, dann macht das ruhig und grundsätzlich auch, stellt euch so kompakt wie möglich in die Mitte, ohne dass ihr den Kettenblitz überspringt. Stellt euch nicht an den Ende des Raums, weil wenn ihr kompakt in der Mitte steht, können alle Heiler jeden heilen. Und da das einfach wirklich nur ein Kampf vom Überleben ist und nicht sterben durch irgendwelche Abilities, die überlappen, ähm, hilft das, wenn euch jeder Heiler grundsätzlich schon mal in range hat. Hier auch vor allem so eine komplett feste Heiler-Einteilung, wie ihr auch vorher erwähnt, ähm, ist ja dann vermutlich auch das A und O. Also, wie ich da nicht so raushören kann, äh, Positionierung super wichtig, falls möglichen, einen Druiden-Tank nehmen und, äh, der Blizzard, der dann im Kreis läuft oder wenn, wenn ich sehe, der kommt grad Richtung meiner Gruppe und es mir möglich ist, ähm, in den inneren Kreis zu laufen, renne ich rein und wenn er wieder weg ist, renne ich wieder raus für die Positionierung. Also so ungefähr. Ähm, wenn man die Dinge, denke ich, schon mal so ein bisschen im Hinterkopf hat, dann, ähm, kann da nicht so viel schiefgehen und vor allem natürlich die Tank-Heiler dann zu dem Treppenbereich stellen. Ja. Klasse. Hast du noch was anzumerken? Sonst können wir einfach direkt zum vierten Wächter gehen, zu Mimiron, ähm, der Boss, der auch im normalen Modus, ähm, ja, schon nicht leicht ist mit seinen vier Phasen, wo man einiges beachten muss und, ähm, wo es dort auch schon sehr viel auf Positionierung ankommt und auf Absprache. Meiner Meinung nach der Hard-Mode-Encounter, der vielen Gilden das Genick brechen wird, also mal Algernon vielleicht ausgeschlossen, ähm, aber ich glaub, nur so von meiner Einstellung mit Mimiron vielleicht sogar der schwerste Hard-Mode. Oder zumindest einer der schwersten. Ähm, zum Aktivieren, ja, ist nicht viel zu erzählen, da gibt's so, ähm, hinter dem Boss ist so ein großer, so ein großer roter Knopf, da, wo er eigentlich draufsteht. Man soll nicht draufdrücken, aber wenn man den Hard-Mode aktivieren möchte, dann tut man das, ähm, und wie geht's dann weiter? Was ist anders, ähm, im Vergleich zum normalen Modus? Ja, also, für die meisten Gilden, hört auf Mimirons Rat und drückt den Knopf nicht, ja. Weil Mimiron ist tatsächlich, der ist schon wirklich sehr knackig als Hard-Mode. Also, alles das, was euch im normalen Modus schon Kopfschmerzen bereitet hat, ist auf dem Hard-Mode einfach noch schwerer und macht noch mehr Schaden. Plus die Aufteilung, ähm, wie ihr um den Boss rumsteht, hilft euch enorm, wie viel Schaden euer Raid bekommt. Das Problem ist halt, dass im Hard-Mode und der heißt nicht umsonst, der Feuerfighter oder Firefighter, der halbe Raum immer mit Feuerflächen voll ist und man gar nicht die Möglichkeit hat, sich so aufzustellen, wie es für den, für den Boss am besten wäre. Ähm, und dieses konstante mit dem Feuer da rumlaufen und das Feuer nicht kreuz und quer durch den Raum zu bringen und die ganzen Abilities, die nebenbei kommen, in Phase 1, der, äh, der Plasma-Blaster auf den Tank drauf, das macht alles so extrem viel Schaden im, äh, im Hard-Mode und es gibt so viele Möglichkeiten, als Spieler bei dem Boss zu sterben, dass, ja, das alles zusammen und dann dieser Vier-Phasen-Kampf mit überall Feuer, da ist die Chance so hoch zu wipen und das wird auch sehr viel passieren. Ja, also ist wirklich ein anstrengender, hektischer, langer Kampf. Lass uns da mal diese Vier-Phasen, also jetzt vor allem die Hard-Mode-Abilities, ähm, mal kurz durchfliegen. In der Phase 1, äh, spawnen ja durch diese drei feurige Explosionen, äh, spawnen drei Feuer, die dem, die dem nächsten, die dem nahesten Ziel, ähm, nachgehen. Ähm, man kann diese Feuer ja, also man, man sammelt sich, glaube ich, am Anfang, ähm, und wartet diese drei feurige Explosionen ab, sodass alle drei Feuer auf einem Haufen sind und dann stellt man, dann stellt man einen Spieler ab, der so sich, der sich so gesehen in, äh, die Nähe dieser Feuer stellt und die dann einfach nur in einem Bereich, äh, umherkitet, sodass man die Feuer halt somit kontrolliert und die nicht wild durch den kompletten Raum gehen. Ähm, ist das schon mal korrekt? Ja, das ist korrekt und man probiert diese Feuer so gut wie möglich zu kontrollieren und nur damit ihr ein Beispiel davon habt, wie so ein Feuer funktioniert. Vielleicht kennt der eine oder andere noch Snake damals von euren alten Nokia-Backsteinen und ungefähr so funktioniert das Feuer auch. Das Feuer hat quasi einen Kopf und das Feuer folgt immer dem Spieler, äh, welcher am nächsten ist. Aber das weitet sich halt einfach aus. Alle zwei, drei Sekunden kommt ein neues Feuerfeld neben das alte in Richtung des nächsten Spielers, der daneben steht. Und es kommen, wie du schon richtig gesagt hast, immer drei Feuer. Und die ersten Feuer kann man auch noch recht gut kontrollieren, weil direkt am Pull kann man sich alle auf einem Fleck stehen, weil das Feuer spawnt immer unter einem Spieler im Raid. Und die ersten Feuer kann man recht gut kontrollieren, aber danach muss man sich aufteilen, weil dann kommt eine Ability, ich glaube, die heißt Napalmschale, falls ich mich da nicht, äh, vertue. Ähm, und für diese Ability müssen die Leute auseinanderstehen, weil die macht extrem hohen Schaden an einzelnen Spielern und wenn man zusammensteht, dann trifft die mehrere Leute. Und dadurch, dass man sich verteilen muss, kommen die nächsten Feuer, weil es kommen immer wieder neue Feuer, immer drei neue Feuer, so alle 30 Sekunden ungefähr. Und da man dann verteilt steht, ist es so, dass diese Feuer halt kreuz und quer im Raum anfangen. Und ab dann wird's halt ein bisschen kniffliger, da man nicht mehr nur dieses eine Feuer hat, was man gut kontrollieren kann, sondern dann kommt Feuer von allen Seiten. Und dann muss jeder Spieler, der irgendwie neben so ein Feuer steht, diese Verantwortung übernehmen, dieses Feuer nicht außer Kontrolle geraten zu lassen. Und außer Kontrolle geraten zu lassen, heißt in der Regel bei dem Kampf, dass man einmal den Weg quasi komplett abschneidet. Man will nicht von der Wand bis in die Mitte ein Feuer haben, so dass man dort nicht mehr weiter kann. Man will das Feuer immer so haben, dass man quasi im Kreis noch um den Boss laufen könnte. Das bedeutet dann ja im Umkehrschluss, dass sich jeder Spieler darauf gefasst machen muss, dann auch so ein Feuer zu kiten. Ich dachte aber eigentlich, dass man in den ersten beiden Phasen das Ganze noch mit zwei Spielern kiten kann. Also kann ich da nicht zwei Spieler dafür abstellen und dass die das Ganze dann vermehrt machen? Ja, das geht in den Phasen, aber nur weil in beiden Phasen gibt es eine Mechanik, womit das Feuer auch gelöscht wird. Das heißt, ihr seid nicht im Raum und es kommt einfach immer mehr Feuer, immer mehr Feuer und ihr kämpft quasi mit immer weniger Platz, sondern jede Phase hat eine Möglichkeit oder bietet eine Möglichkeit, so viel Feuer wie möglich zu löschen. Und in Phase 1 ist es noch so, dass der Boss eine Fähigkeit macht, die das gesamte Feuer im Raum löscht. Einmal. Aber danach kommt auch weiter Feuer. Ja, er löscht es nur einmal und bevor er dann in Phase 2 geht, spawnen aber noch sechs weitere neue Feuer. So, und die muss man dann probieren, so gut wie möglich auf einem Fleck zu behalten. Ähm, da in Phase 2 eine neue Fähigkeit kommt, die das Feuer löscht und das ist dann so eine Wasserbombe oder Frostbombe, die fliegt dann an die Stelle, wo am meisten Feuer im Raum ist, aber löscht dann nicht mehr alles, sondern nur noch in so einem Kreis. Ja, das heißt, das bleibt einfach mehr Feuer überhaupt bestehen, wie mit der Ability in der ersten Phase. Und das heißt, umso weiter ihr in den Kampf vorschreitet, umso mehr Feuer habt ihr an sich pro Phase. Es löscht sich zwar immer ein bisschen was, aber es kommt auch dann mehr dazu. Aber es gibt auch ein Hardcap für dieses Feuer. Das heißt, der gesamte Raum kann niemals komplett unter Feuer stehen. Ab ungefähr so 100 Feuerpatches würde kein weiteres mehr spawnen. Und das ist dann wichtig für Phase 3, weil in Phase 3 ist die Möglichkeit, das Feuer zu löschen, dass dann da so kleine Roboter dazukommen, die überall so ein bisschen als Feuerlöscher agieren. Dann wird nicht mehr ein großer Bereich des Raumes gelöscht, sondern nur noch so kleine Patches. Das heißt, diese Feuerlöscher helfen uns, aber die machen das Ganze auch noch schwerer, weil die auch Schaden an den Spielern machen. Das heißt, man will die Feuerlöscher so gut wie es geht in Ruhe lassen, dass die das Feuer löschen. Aber man will auch relativ weit von dem wegstehen, weil wenn man selber von einem Feuerlöscher getroffen wird, dann ist man in der Regel tot. Ist man in der dritten Phase dann nicht sowieso eigentlich schon so gut wie am Hardcap, dass keine neuen Flammen entstehen, sodass man diese neuen Feuerlöscher Ads da nicht auch umhauen kann? Also will man wirklich, dass die die Flammen da nochmal löschen? Also vorausgesetzt, man ist am Hardcap. Ja, man will, dass die die Flammen löschen, weil immer wieder neue spawnen. Und du brauchst einfach auch gerade dann für, also für Phase 2 brauchst du kreisrund um den Boss Platz, weil die Fähigkeit ist ja dieselbe. Der schießt da mit seinen normalen Kanonen die ganze Zeit in so einem kegelförmigen Bereich vor einem her und macht dann seinen Plasma-Strahl, wo er sich im Kreis dreht. Und das heißt, man muss ja die Möglichkeit haben, so im Kreis um den Boss herumzulaufen. Und in Phase 3 ist es so, dass man mit diesen Ads, die kommen, halt kämpfen muss. Und auch da muss man quasi immer langsam im Kreis durch den Raum laufen. Weil dort, wo man steht, spawnen weiterhin immer diese drei Feuer. Und man muss weg davon. Und in der Zeit, wo man davon wegläuft, hofft man, dass diese Feuerlöscher rechts von einem oder links von einem, je nachdem in welche Richtung man geht, genug gelöscht haben, dass man dort wieder ein bisschen Platz hat, um sich zu bewegen. Also wie ihr schon hört, hier geht es extrem viel um Feuerlöschen und um Feuerausweichen. Also ich meine, der, der, das Achievement, also der Erfolg heißt glaube ich nicht umsonst Firefighter oder Feuerbezwinger oder wie heißt das auf Deutsch? Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich irgendwas wie Feuerbezwinger oder Feuerwehrmann oder irgendwie sowas. Genau, also schon, das ist schon wirklich ein unfassbar anstrengender Kampf. Weil halt neben diesen tausenden von Hauptfähigkeiten pro Phase einfach noch dieses blöde Feuer hinzukommt. Ja. Zwecks dem Hardcap nochmal ganz kurz. Kommt man nicht in irgendeiner Phase dann an den Punkt, wo man sowieso gecappt ist und wo man dann jetzt mal angenommen, der Weg wäre frei. Und es wird jetzt nicht mehr unbedingt um den Weg gehen. Ähm, bin ich trotzdem noch gezwungen regelmäßig zu löschen, weil 100 Feuer einfach trotzdem zu viel sind? Du kannst es ja nicht verhindern, dass gelöscht wird. In Phase 1 macht der Boss diese Ability und löscht das Feuer, das heißt, das kann ich nicht verhindern. In Phase 2 macht der Boss auch diese Frostbombe, das kann ich auch nicht verhindern. In Phase 3 könnte ich zwar verhindern, indem ich die, diese Feuerlöscher töte. Genau, die meine ich. Aber es sind relativ viele Feuerlöscher unterwegs und man ist dort schon genug mit den Ads zugange, die dort spawnen, mit denen man sich beschäftigen muss. Und diese Feuerlöscher, die spawnen auch relativ schnell neu. Das heißt, das wäre so ein bisschen vergebene Mühe, wenn man sich um diese Feuerlöscher kümmern würde. Weil die Feuerlöscher laufen einfach kreuz und quer durch den Raum und man hat gar nicht die Möglichkeit, auf die andere Seite des Raumes zu kommen, um dort Feuerlöscher zu töten, selbst wenn man es wollte. Weil der Weg auf die andere Seite halt einfach durch Feuer versperrt ist. So, das heißt, man kann es nicht verhindern, dass das Feuer gelöscht wird und Neues entsteht. Okay. Also mal angenommen, wir haben dann diese Add-Phase, diese Phase 3 dann auch überstanden. Dann kommen wir in die vierte Phase, wo sich der Boss dann wieder zusammenbaut. Hier kommen dann ja wieder Frostbomben. Das ist ja dann in der vierten Phase, die Hard-Mode-Ability, die die Flammen löscht. Gibt es in der vierten Phase noch irgendwas zu beachten? Also natürlich das Movement. Hier geht es dann fast eigentlich nur noch darum, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, so gut es geht, sich zu verteilen und vor allem so gut es geht, auf seinen Raid-Leiter zu hören, der dann halt einfach die Ansagen macht. Ja, das Problem in Phase 4 ist, dass alle Abilities, die euch in den vorherigen Phasen hätten One-Shotten können, sind jetzt alle gleichzeitig in Phase 4. Das heißt, die Ability, dass man vom Boss weglaufen muss, von diesem Leviathan, den Füßen, sag ich mal, die Schock-Explosion, da muss man halt als Melee vom Boss weglaufen, die kommt. Das heißt, darauf muss geachtet werden. Dann, ähm, die Fähigkeit aus Phase 2 mit diesem, ähm, Laserbeschuss, wo der sich im Kreis dreht. Die kommt. Das heißt, alle müssen im Kreis laufen. Und, äh, die Frostbombe, äh, kommt wieder. Und wenn man, die Frostbombe, die ist, hat einen relativ großen Radius, also schon so die Hälfte des Raumes trifft diese Bombe. Und wenn man da drinsteht, ist man auch sofort tot. Ähm, zusätzlich laufen weiterhin diese Feuerlöscher durch den Raid. Und überall spawnt einfach Feuer, weil man's nicht mehr kontrollieren kann. Und die Schwierigkeit ist dann, dass alle drei Parts des Bosses innerhalb von zehn Sekunden gleichzeitig sterben müssen. Und das ist halt auch einfach eine Sache, wo, wenn man konzentriert spielt, nicht viel passieren kann. Aber man wundert sich doch, wie viele Leute an einzelnen Abilities dann sterben, weil sie einfach ein bisschen überfordert sind mit der Masse an Abilities, die kommt. Also, ich glaube auch definitiv ein Boss, den man des Öfteren spielen muss, dass man, dass jeder mal alles gesehen hat und jeder einfach weiß, was einen erwartet. Und dass man einfach mal ein Gefühl dafür bekommt. Hast du noch irgendwie allgemeine Tipps, ähm, wie sieht's hier mit einer Resiflask aus? Bietet sich bei so viel Feuer an, oder? Ja, also Resiflask bietet sich auf jeden Fall an, weil gerade in Phase 2 kommt noch eine Ability alle, ich glaub, die kommt fast alle zehn Sekunden. Die heißt Hitzewelle und die trifft alle Spieler und macht ziemlich heftigen Feuerschaden als Dot über fünf Sekunden. Ähm, das heißt, jeglichen Feuerschaden, den man irgendwie verhindern kann, ähm, sollte man auch machen. Ich würde im Progress auf jeden Fall in Phase 2 Bloodlust ziehen, weil das ist die Phase, wo mit Abstand am meisten Raidschaden reinkommt, also mit großem Abstand am meisten, weil dort A, die normalen Schüsse auf viele Spieler gleichzeitig kommen, dazu kommt die Hitzewelle, dazu kommt das Feuer. Ja, also Bloodlust in Phase 2 hilft auch in Progress enorm, einfach, um weiterzukommen, ja, um die Phase hinter sich zu lassen und später, wenn man die Phase dann gut drinnen hat, kann man dann Bloodlust auch auf Phase 4 dann irgendwann mal verschieben. Ähm, ähm, und, ja, wieder eine relativ gute Einteilung vorher haben, dass jeder genau weiß, weil in Phase 3 ist wieder so, der eine muss sich um den großen, äh, Roboter kümmern, diesen, äh, Assault Bot, wie heißt es auf Deutsch, das ist der, ähm, Angriffsbot, dann hat man diese Junkbots, da muss sich der Tank umkümmern und man muss laufen und, also viel Kommunikation ist einfach, äh, bei den Fight auch angesagt, zumindest in Phase 3 und als Raidlighter betet einfach diese tödlichen Abilities runter. Wenn eine Frostbombe kommt, sagt die an, wenn der Laserbeschuss kommt, sagt die an, äh, und so weiter, immer wieder ansagen, weil man hat immer einen Spieler dabei und auch bei uns, der dann doch mal irgendwie pennt und dem DBM, wenn DBM ihnen um die Ohren fliegt, er das trotzdem nicht mitkommt, sagt's einfach gebetsmühlenartig runter, die Abilities. Ich glaub, es bietet sich bei dem, also bei allen Bossen als Raidlighter an, aber bei dem glaub ich besonders, dass man da einfach so viel callt, wie halt nur möglich, ähm, dass es halt auch der letzte Heiler, der wo grad in seinen, in seinen Raidframes verliebt ist, dass halt auch einfach, zumindestens ein kurzes Schmidt bekommt, also ich kann es nur, ähm, aus Heilersicht sagen und ich pass gut auf und, ähm, ähm, ich tue, was ich kann, ähm, aber, aber hin und wieder, wenn die Situation spannend wird, ähm, weil der Raid grad unfassbar droppt, dann ist so ein akustischer, also so ein, so ein, so ein akustischer Call, würd ich sagen, einfach so eine Ansage im Voice vom Raid-Lied, ähm, ohne dass du brutal in das linkere, obere Eck, obere Eck deines Bildschirms schauen musst, schon nochmal hilfreich, wenn du es einfach hörst kurz und dann agieren kannst, ohne dass du was sehen musst. Klingt blöd, aber aus heiler Sicht, also ich finde es schon immer hilfreich, ähm, umso mehr angesagt wird, umso einfacher ist es, aber klar, man hat es... Na, gerade als Heiler, ja. Es gibt natürlich noch DBM und es gibt da noch Weak Aura Packages, ähm, und so weiter. Was sich hier ja auch anbietet, sind, denke ich, sechs Heiler, oder? Die dann fest eingeteilt auf die Gruppen sind, hast du es ja auch grad schon gesagt, Positionierung und Einteilung, das ist A und O. Hier willst du aber auch sechs Heiler empfehlen, oder? Mindestens. Also, das ist der einzige Fight, wo man sechs Heiler haben muss. Also, der Schaden, der da reinkommt, gerade in Phase 2, der ist einfach so hoch, dass man, zumindest wenn man früh an Mimiron drangeht, äh, und jetzt noch nicht so starkes Gier hat, äh, sechs Heiler. Und selbst wenn man gutes Gier hat, würde ich immer sagen, äh, sagt eurem Shadow oder so, ey, kannst du bei dem Fight bitte als Holy mithelfen, oder, ja. Es gibt ja noch, ähm, einen Berserker, den man dann ja auch mit, mit diesem Drücken des Knopfes aktiviert, also zehn Minuten, glaube ich, sind das, oder sind's acht? Zehn sind's, oder? Ähm, der Berserker müsste sein, ich glaube, um ehrlich zu sein, ist der immer noch 15 Minuten. 15? Ich glaube, der ist, also, der Berserker ist bei dem Kampf kein Problem. Absolut nicht. Okay. Und das ist auch tatsächlich ein Kampf, und das ist ein bisschen schade, wenn ihr in Phase 4 nur noch zehn Leute seid, aber ihr habt noch irgendwie zwei, drei Range-DDs, zwei, drei Milli-DDs, zwei, drei Heiler und einen Tank, dann könnt ihr den Bossfight immer noch runterzergen. Also, der, der Timer ist leider, falls sie das jetzt nicht im letzten PTR geändert haben, aber ich wüsste nicht, dass ich das gelesen hätte, ist der Timer ein bisschen zu hoch und der Bosskampf würde noch mal knackiger werden, wenn der Timer niedriger wäre. Okay, also, ich glaube, dass er damals irgendwie zehn Minuten war, aber auf dem PTR noch falsch, deswegen, ich bin bei unserem Guide auch nicht auf diese 15 eingegangen, weil ich dachte, das kann nicht sein. Also, weil, ich glaube, ganz früher war er sogar auf acht. Das ist immer so blöd, wenn man dann drei verschiedene Versionen hat und Blizzard gefühlt dann erst mit der Live-Version und vermutlich selbst da nicht dann die richtigen Zahlen anpasst. Also, da ist es ja hin und wieder etwas schwieriger mit Blizzard. Also, vor allem, wenn man halt im Vorfeld Guide schreiben will, dann kann es ein bisschen würfeln. Ja, auf jeden Fall. Aber egal, wie der Timer jetzt gerade ist, also so wie er auf dem PTR ist, ist der Timer kein Problem. Selbst wenn man, wenn man super viele Tote in Phasifii hat. Okay, also, ich habe nur noch mal explizit gefragt, zwecks diesen sechs Heilern, das macht dann kein Problem oder vielleicht über sieben Heiler? Ja, man könnte auch sieben Heiler nennen. Okay. Ich würde den Leuten empfehlen, dass sie vielleicht diese Heiler dann durchmarken, dass man halt auch wirklich sieht, dass ich diese Gruppe, die teile ich zu meinem Sternheiler ein. Also, ich will darauf hinaus, dass man wirklich eine übergeordnete Einteilung einfach macht. Also, vor allem für die Heiler. Ja. Ja, würde ich auch nur empfehlen. Also, gerade im Progress, damit man einfach auch so ein bisschen als Gruppe zusammenbleibt, damit man immer safe auch den Heal hat. Weil, was auch einfach Leute tötet, ist, dass sie zu weit weg stehen, um von irgendeinem Heiler getroffen zu werden. Oder die Heiler dann alle auf einer Seite stehen und das nicht wissen, wenn sie keinen Mark über dem Kopf haben. Und dann kein Heiler mehr auf die andere Seite heilen kann. Also, von vornherein ein bisschen sagen, okay, der Raum ist ja schon vom Boden her in so drei Teiler eingeteilt. Einfach sagen, okay, du bitte in dem nördlichen Teil ein bisschen, du in dem südlichen, du in dem westlichen. Und dann hat man zumindest überall Heiler stehen. Okay, perfekt. Hast du noch was zu Mimiron? Sonst würde ich fast sagen, wir verlassen die Wächter und gehen in den Abstieg des Wahnsinns. Ja, machen wir. Alles klar. Der vorletzte Boss ist General Vethax. Hier ist es ja prinzipiell so, dass man den Hardmode auslöst, indem man acht von diesen, wie heißen denn? Saronid Vapor auf Deutsch. Müsste ich mal kurz schauen. Müssten heißen Saronid Dämpfe. Saronid Dämpfe. Genau, vielen Dank. Das sind ja prinzipiell die Ads, die spawnen, die im Raum rumfliegen. Die spawnen ja nacheinander, oder? Also, die sind natürlich nicht alle gleichzeitig da, weil das wird den Hardmode ja auslösen. Und die spawnen nacheinander. Und wenn acht Stück noch am Leben sind, oder ab dem achten geht dann, oder startet dann so gesehen der Hardmode, oder besser noch gesagt, wenn man diese tötet, dann kann man wieder Mana regenerieren. Anders ist das im ganzen Bosskampf nicht möglich, außer ein paar Klassen haben, glaube ich, wie Aspekte wie bei der Jäger oder schamanistische Wut vom Schami, glaube ich, oder Richturteil der Weisen von Pala oder was gibt's noch? Sturmschlag und verbesserter Sturmschlag. So ein paar Grundtalente funktionieren noch, weil sonst einfach der jeweilige Schadensaussteiler relativ gut wäre. Und deswegen hat der Blizzard bei der Fähigkeit einfach gesagt, ein paar funktioniert's. Die anderen haben aber keinen Mana-Reck. Selbst Mana-Tränke funktionieren nicht. Und deswegen tötet man eigentlich diese Saronit-Dämpfe, stellt sich dann in diese Lache, was die bilden. Das ist, glaube ich, so eine blaue Pfitze. Grüne Pfitze. Entschuldigung, danke. Eine grüne Pfitze. Und da stellt man sich rein und dann wird Mana regeneriert. Wenn man das aber nicht macht und diese Saronit-Dämpfe so acht Stück am Leben lässt, dann beginnt der Hardmode und so ein, wie heißt der, Saronit Animus-Spawn, glaube ich, oder? Ja, Animus, genau. Genau, das ist dann so ein großes Ad und der Boss wird dann immun oder bekommt, glaube ich, 99 Prozent weniger Schaden. Man muss erst den Animus umhauen und wenn der dann tot ist, dann kann man Vezak selbst finalisieren. Das war jetzt der Schnelldurchlauf. Wie ist so deine Erfahrung? Also, ja, der Hardmode startet mehr oder weniger, sobald der Animus da ist, aber so wirklich startet er, sobald man pullt. Weil das große Problem und der größte Unterschied in dem Kampf ist einfach, dass man im Hardmode keinerlei, außer diese paar Fähigkeiten, Mana regeneriert. Und das gilt halt hauptsächlich für die Range-Dds, die Mana brauchen und für alle Heiler. Das heißt, und da ist der Kampf sehr, sehr, sehr einzigartig, einzigartig, weil man muss den Boss quasi so low wie möglich bekommen, genug Schaden und Mana für den Animus haben und danach den Boss noch töten und das muss man alles erreichen mit seinem einen Mana-Balken. Und wir haben den Boss auch im Hardmode gelegt und es hat super viel Spaß gemacht, so an diesen kleinen Stellschrauben zu schrauben und immer wieder zu gucken, okay, wie viel Mana dürfen wir jetzt ausgeben, bevor dieser Animus spawnt, wie viel Mana brauchen wir für den Animus, wie machen wir das von der Aufstellung und der Unterschied zum Normal-Mode ist da ganz klar, also A, muss man diese Aufstellung, wie du es schon mal in dem Video zum Normal-Mode gesagt hast, dass man als Gruppe eine Fläche von diesem Schattencrash benutzt, die muss man nutzen und zwar stellt man sich in zwei Gruppen auf, die eine Gruppe steht ganz links an der schwarzen Pfütze und die andere ganz rechts an der schwarzen Pfütze, so bekommen beide Gruppen den Buff von der Pfütze, aber wenn jetzt der nächste Schattencrash auf die rechte Gruppe fällt, muss die linke Gruppe sich nicht bewegen und genauso andersherum auch, also kann man zwei Gruppen in einen so einen Schattencrash stellen, aber es müssen sich nicht immer alle bewegen. So, und wir haben da natürlich auch erstmal ein bisschen rumprobiert und wir waren schon so drei Stunden an dem Boss zugange und uns ist dann aufgefallen, dass wir an sich den Boss halt sehr viel schneller töten könnten, aber man muss im Hard-Mode halt diese viereinhalb Minuten warten, bis dieser Animus spawnt, denn diese acht Saronit-Dämpfe, die spawnen alle 30 Sekunden und man darf davon ja keinen töten und erst wenn acht gespawnt sind, also nach 30 Sekunden der erste und dann die anderen sieben, kann man tatsächlich erst richtig, oder fängt der Hard-Mode in dem Fall an, dass man halt richtig Schaden machen kann. Ähm, und wir hatten das erst so probiert, dass, äh, oder sind einfach mal so blind rangegangen und die Leute haben einfach Schaden gemacht und haben dann gemerkt so, okay, wenn der Animus spawnt, haben wir nicht mehr genug Mana, weil dann zieht man Bloodlust, um den zu töten. Und am Ende sind wir dann so rauf rausgekommen, weil man mehr oder weniger wartet auf den Animus, dass wir den Schaden so optimiert haben, dass wir den Boss halt irgendwie auf 5% bringen, bevor der Animus kommt. Und da haben wir halt geguckt, wie kriegen wir das hin, den Boss auf 5% zu bringen, ohne Mana wirklich auszugeben. Und das, also die größte Verbesserung war dann einfach, dass wir gesagt haben, dass Mana-Klassen oder Ranged-DDs mit Mana nur Schaden machen, wenn sie auf einer Pfütze stehen. Das ist Voraussetzung Nummer eins. Und wenn sie Cooldowns ready haben. Und wenn sie keine Cooldowns ready haben oder auch keine Cooldowns haben, dann stehen alle unsere Ranged-DDs einfach mit dem Zauberstab da. Weil die Melees können die ganze Zeit Schaden machen. Und, ähm, das hat dann genau so gereicht, dass wir den Boss so auf 5% gebracht haben und alle noch genug Mana hatten, um, ähm, um dann halt den Animus schnell zu töten. Okay. Also das ist dann ein, ähm, ein härteres Rennen gegen das eigene Mana so gesehen, anstatt wirklich gegen die HP des Bosses. Ja, also es ist absolut ein Rennen gegen sein eigenes Mana. Und das hat's auch einfach so interessant gemacht, ähm, mit jedem weiteren Try, den wir gemacht haben, halt zu gucken, Okay, wie viel Mana hatten wir jetzt? Okay, wie viel Mana könnten wir noch einsparen? Oder, okay, jetzt können wir ein bisschen Mana wieder ausgeben. Weil der Boss hat ja auch die Fähigkeit, ähm, das ist einmal, wie, der Schwall der Dunkelheit. Ähm, da wird der Boss größer, kriegt 100% mehr physischen Schaden, aber er läuft langsamer. Und am Anfang haben wir gesagt, okay, lass dann einfach Tank-CDs usen, dann können wir den Boss da stehen lassen, wo er ist. Und das funktioniert auch. Aber trotzdem kriegt der Tank halt immer noch mehr Schaden und die Heiler mussten in der Zeit mehr heilen. Und dann war es so, dass bei in den Trice, als der Animus noch so 20% HP hatte, unsere Heiler einfach oben waren. Und dann haben wir die Änderung gemacht, dass wir angefangen haben, Vesex zu kiten, wenn er das gemacht hat. Und die Änderung hat genau ausgereicht, dass dann unsere Heiler in der Zeit nicht heilen mussten, weil der Boss halt den Tank nicht gehauen hat. Und das Mana hat dann am Ende genau ausgereicht, um diese letzten 20% vom Animus noch wegzuheilen. Und als wir den das erste Mal gekillt haben, waren wirklich alle Mana-Balken auf Null. Der Boss war tot und alle Mana-Balken waren auf Null. Und das war wirklich, also da könnt ihr euch wirklich auf den Fight drauf freuen. Das war so rewarding und hat so viel Spaß gemacht, so herauszutüfteln, wie man das mit dem Mana hinkriegt. Und ja, es ist schon irgendwie ein ganz spezieller Fight, aber macht auch sehr viel Spaß. Aber man muss natürlich auch dazu sagen, dass ihr natürlich eine Raid-Gruppe seid, die natürlich auch probiert, in den ersten IDs oder in der ersten ID meine ich natürlich, alle Hard-Modes zu legen. Ich glaube, dass wenn du den erst so dritte, vierte oder fünfte ID angehst und schon einige an Gear mitnimmst, und dann dadurch ist dein Mana-Balken höher und du hast einfach allgemein viel, viel bessere Stats, meinst du, dass dieser Boss nicht vor allem davon extrem profitieren wird? Ähm, ja und nein. Das Tank-Gear hilft natürlich, weil die Heiler weniger heilen müssen und weniger Mana ausgeben müssen. Das Heiler-Gear hilft auch. Aber kein Gear der Welt bringt irgendwas, wenn die Leute nicht mit diesem Schattencrash und mit dem Zeichen der Gesichtslosen heißt, glaube ich, richtig umgehen. Weil, also das ist die Grundvoraussetzung für diesen Kampf, dass die Leute mit dem Schattencrash immer raus- und wieder reinlaufen und mit den Zeichen der Gesichtslosen einfach so schnell wie es geht rauslaufen. So, und das sind zwei Abilities, wo das Gear, was du hast, völlig egal ist. Wenn diese Abilities nicht laufen, dann, ja, dann kannst du ICC-Gear haben und du kriegst es nicht hin. Okay, also bei diesen Schattengeschossen immer raus, wenn sich dann diese Pfütze bildet, diese schwarze, glaube ich, ist es dann sofort wieder rein. Ähm, viele Gilden spielen das auch einfach mit einer Gruppe, die sich dann immer splittet, links um rechts. Das halt einfach weniger gecastet wird. Habt ihr das schon? Oder habt ihr, äh, was hältst du von dieser Idee? Auf jeden Fall gute Taktik. Ähm, das Gute an der Taktik ist, dass ihr merken werdet, dass ihr so oder so genug Schaden habt für den Boss. Ähm, das heißt, da geht's ja dann nur noch darum, wie viel Schaden kann ich machen mit der Menge an Mana. Also, um, ich gebe nur 50% meines Manas aus und wie viel Schaden kann ich damit machen. So, und das heißt, 50% des Fights oder 80% des Fights stehen die Range-DDs, die Mana haben sowieso nur rum. Und da ist das mit diesem, wenn sie die ganze Zeit rein- und rauslaufen müssen, halt einfach gut machbar. Und wenn das die gesamte Gruppe zusammen macht, ist, ähm, die Chance, dass das irgendjemand halt nicht hinkriegt, sehr viel kleiner. Die Taktik wird auch immer einfacher mit besserem Gear, auf jeden Fall. Aber das ist eine Taktik, die, die definitiv einfacher ist, auf jeden Fall, wo man aber ein bisschen Schaden verliert. Weil mit der Taktik, wo man rechts und links rausläuft, hat man halt eine Gruppe, die immer ein bisschen länger stehen bleiben kann. Sollte man aber zwei, drei Wochen Loot aus normalen Ulduar haben, dann ist der Schadensverlust durch diese Taktik nicht mehr schlimm. Und dann würde ich auch generell sagen, dass die Taktik einfacher ist. Okay. Also ich würde sie jetzt nur, also wir empfehlen sie bei uns auch im Guide, dass alle rennen. Also nur aus dem Grund, weil es halt einfach, der kommt, alle laufen einfach links und rechts. Und weil es, glaube ich, rein von der Statistik her so ist, dass du dadurch halt weniger castest, klar, du verlierst den Schaden, aber es sollte vom Mana für den Hard Mode ausgehen. Rein theoretisch. Aber es ist natürlich nur diese blinde Theorie. Ja, ja, geht's auch. Also das ist vollkommen richtig, diese Chance, dass halt der, also der Error der einzelnen Leute ist halt geringer, wenn man einfach alle zusammenläuft und einmal anseitig laufen, weil die Fläche dann auch immer an derselben Stelle kommt. Wenn man rechts und links Camps hat und dieser Shadow Crash fliegt fünfmal auf das rechte Camp, dann verschiebt sich das Camp immer weiter und das linke muss auch reinlaufen. Also die Taktik, mit rechts und links eine Gruppe stehen zu haben, erfordert definitiv mehr Koordination. Man kriegt ein bisschen mehr Schaden raus, aber das ist auch nur wichtig, wenn man den irgendwie in Woche 1, 2 macht. Danach ist das nicht mehr wichtig. Ja. Okay, verstehe. Gibt's sonst noch irgendwie allgemeine Tipps bei dem Bosskampf? Die Milis stehen ja natürlich hinter dem Boss. Die Heiler stehen ja auch bei den Nahkämpfern. Die stehen ja nicht im Fernkämpfercamp, was sich bewegt. Und alle anderen, also alle Fernkämpfer, stehen ja so gesehen, weiß ich nicht, 15 Meter entfernt und rennen dann immer oder splitten sich ja nach links und rechts. Gibt's von der Positionierung noch irgendwas zu beachten? Oder hast du allgemeine Ideen oder Tipps noch? Ja, also die Ranges stellt euch so weit entfernt vom Boss auf, wie ihr nur könnt. Also so 30 Yards ungefähr. Weil dieses Schattengeschoss, das ist ein Projektil, so wie beim Endboss von Anka Head. Oder den Trashmobs beim Endboss von Anka Head. Das fliegt von Vesaks Kopf los in so einem Bogen und landet dann bei euch. Und umso weiter ihr wegsteht, umso länger fliegt das und umso mehr Reaktionszeit habt ihr einfach, um den auszuweichen. Das heißt, Rangecamp, Max Range stehen. Für die Meleys ist dieser Fight tatsächlich, glaube ich, sehr langweilig, weil man steht einfach nur am Boss und kickt. Weil der hat halt noch eine Ability-sengende Flammen, wo er alle 10 Sekunden anfängt, was zu casten, was gekickt werden muss. Und ja, für die Meleys ist dieser Kampf einfach nur stehen und alle 10 Sekunden kicken. Und wie du schon richtig gesagt hast, die Heiler, stell die bitte nicht in diese schwarze Pfütze rein. Das hat mehrere Gründe. A, die Heiler müssen laufen, was grundsätzlich nicht gut ist. Und B, diese Pfütze, nur damit es noch mal kurz verstanden wird, die verringert das Mana, was ihr benötigt, um 75%. Und verringert auch die Heilung um 75%. Das heißt, für euch, rein rechnerisch gesehen, müsst ihr, um die gleiche Menge an Heilung zu produzieren, die ihr außerhalb der Fläche macht, mit einem Cast, müsstet ihr in der Fläche viermal casten. Und würdet dann aber mehr Mana dafür verbrauchen. Das heißt, da drinnen zu stehen, ist für einen Heiler tatsächlich nicht gut. Und für einen Caster ist es halt gut, weil man dazu auch noch 100% Car-Speed bekommt. Das ist aber für den Heiler nicht wichtig. Und das Wichtigste für die Heiler ist, niemals bei diesem Kampf Überheilung produzieren. Der Tank bekommt nicht so viel Schaden, dass er innerhalb von zwei Sekunden stirbt. Und ein guter Tipp ist es, dass ihr euch als Heiler einfach so in so Schichten einteilt. Der Tank bekommt immer alle ungefähr zwei Sekunden 10.000 Schaden. Und 10.000 Schaden. Und 10.000 Schaden. Wenn ihr jetzt alle fünf Heiler, die ihr dabei habt, gleichzeitig castet, dann verbraucht ihr alle Mana, was ihr niemals mehr wiederbekommt. Aber der Tank wird dann um 30.000, 40.000 geheilt, was aber nicht wichtig ist. Also teilt vielleicht am Anfang für die erste Minute zwei Heiler ein, die halt immer reinheilen, sodass der Tank immer so auf 90% HP bleibt. Der muss nicht vollgeheilt werden. Und wenn die Minute vorbei ist und die beiden Heiler ihren Mana-Balken irgendwie so um 40, 50% reduziert haben, übernehmen einfach zwei andere Heiler. Oder immer ein Heiler. Das sollte auch passen. Ja, guckt halt wirklich, dass ihr dort nicht gleichzeitig alle Mann reinheilt. Und der Raid sollte grundsätzlich sowieso so gut wie gar keinen Schaden bekommen. Also die Meleys bekommen gar keinen Schaden. Und die Ranges bekommen ausschließlich Schaden, wenn sie von einem Schattencrash getroffen werden, was nicht passieren sollte. Und der einzige Schaden, der unvermeidbar ist, ist, wenn jemand dieses Zeichen der Gesichtslosen bekommt. Dann kommt einmal ein Tick auf alle Ranges, der so 4.000, 5.000 Schaden macht. Aber heilt das nicht. Das Judgment vom Paladin auf den Boss reicht vollkommen aus, dass die Leute sich selber wieder hochheilen. Einfach nicht euer Raid heilen. Lasst es sein. Ihr braucht das Mana für den Tank. Sehr, sehr gute Tipps für den Heiler. Also hier kann man wirklich sagen, es reicht voll und ganz Heilung auf den Tank. Und der Raid macht das einfach selbst. Oder also man kann wirklich, wie du gerade eben auch erwähnt hast, jeglichen Raid-Damage einfach ignorieren und sich voll und ganz dann in Schichten auf den Tank konzentrieren. Genau, bis dann der Animus kommt. Weil der Animus, der erhöht jede Sekunde oder alle zwei Sekunden, ja, alle zwei Sekunden wird der Schaden, der Schattenschaden, den man erleidet, erhöht. Und man bekommt dort die ganze Zeit halt Schattenschaden. Das heißt, umso länger dieser Animus lebt, umso mehr Raid-Schaden kommt auch rein. Und das ist dann der Moment, wo ihr Bloodlust natürlich zieht. Und dieser Animus wird bei euch oder bei jedem so ungefähr eine Minute leben. Und mit dieser Zahl könnt ihr dann schon mal rechnen. Also eine Raid-Sack hält sechs Sekunden. Ihr habt wahrscheinlich drei Raid-Sacks, habt ihr schon mal 18 Sekunden safe. Dann habt ihr noch zweimal eine Aure-Mastery für noch mal zwölf Sekunden. So 30 Sekunden könnt ihr mit Raid-Cooldowns abdecken. Die ersten 30 Sekunden deckt ihr mit Bloodlust ab. Und in der Phase muss dann auch der Raid die ganze Zeit reingeheilt werden. Weil dort kommt sehr viel Raid-Schaden. Und deswegen müsst ihr auch, wenn der Animus abkommt, mindestens 50 Prozent eures Manas haben. Okay, dann hat man da schon mal so einen ungefähren Richtwert. Und vor allem sollte dann in dieser Phase dann vor allem die Raid-Cooldowns halt richtig timen und richtig ansagen. Sagst du die dann eigentlich immer an? Oder wissen das die bei den Leuten? Nee, ich sag alles an, ja. Okay. Perfekt, ja. Hast du noch irgendwas hinzuzufügen? Irgendwas Spezielles? Sonst können wir weitergehen. Ich hab nix mehr. Viel Spaß bei dem Bossfight. Macht Spaß. Dann kommen wir zum offiziellen Endboss von Ulduar Jogsaron. Hier ist der Hard-Mode ja nicht der schwerste, was überraschend ist, meiner Meinung nach. Weil es ja dann doch irgendwie der Endboss ist. Oder zumindest der offizielle. Der echte Endboss ist ja vermutlich Algalon. Wie genau, wir haben es in dem Video davor schon mal erwähnt, wo wir auf die normalen Bosse eingegangen sind. Aber du kannst es ja noch mal ganz kurz im Schnelldurchlauf erwähnen. Wie aktiviere ich denn bei Jogsaron den Hard-Mode? Bei Jogsaron den Hard-Mode zu aktivieren ist, indem ihr nicht die Keeper ansprecht, die in der Mitte stehen, nachdem ihr sie getötet habt von Ulduar. Einfach nicht ansprechen. Außer eine Person. Ja, und das wäre Thorin. So, und das wäre auch schon der Hard-Mode, wo ihr das Hard-Mode, wo ihr das Hard-Mode-Gear bekommt. Und das heißt dann plus eins, also plus ein Licht, plus ein Keeper. Und dieser eine Keeper ist Thorin. Also lauft, nachdem ihr Vesax tot habt, in die Mitte. Oder macht es auch schon vorher, glaube ich, geht auch vorher. Sprecht mit Thorin und dann geht zu Jog. Und dann macht ihr plus eins. Plus eins, wie du ja gerade eben auch schon gesagt hast, wenn man sich noch einen Wächter zur Hilfe holt, dann zählt das ja auch schon als Hard-Mode. Es gibt Hard-Mode-Loot. Es droppt nur Mimiron's Kopf, glaube ich, nicht mehr. Also das Flugmount. Das ist das Einzige, was ihr da nicht mehr erhalten könnt. Ist es standardmäßig, dass man plus einspielt? Oder werdet ihr auch direkt auf plus null gehen? Oder wie ist da bei euch? Also wir werden definitiv plus null angehen. Ob wir plus null auch schaffen, die Chancen sind auf jeden Fall groß. Aber plus null ist schon, also plus null ist wirklich exponentiell schwerer als plus eins. Also ich wüsste gar nicht, wie ich es vergleichen sollte. Das ist so, als wenn ihr einen Molten-Core-Boss mit einem Ulduar-Boss vergleicht. Von der Schwierigkeitsstufe her. Es ist wirklich, plus eins fühlt sich so an, als wenn ihr irgendwie einen Trash-Mob umhaut, im Gegensatz zu plus null. Also würdest du auch jeder Gilde so gesehen empfehlen, dass man einfach mal sagt, probiert plus eins von Anfang an aus. Und wenn es nicht hinhaut, kann man ja immer nochmal hochrennen und die anderen Wächter aktivieren. Nur 100 Prozent. Also plus eins ist wirklich nicht viel schwieriger, als wenn ihr die anderen Keeper auch mit dran macht. Weil, wie schon gesagt, ihr bekommt einfach nur mehr Schaden. Oder ihr kriegt so einen Eisblock, falls ihr sterben solltet. Oder ihr könnt eure Sanity hochheilen. Aber das sind alles keine Sachen, die den Bossfight sehr viel einfacher machen. Weil der Grundfight an sich nicht sehr schwer ist. Ihr werdet definitiv einige Trials brauchen, um die Abilities zu verstehen. Und dass jeder weiß, in welches Portal er geht. Aber das sind Sachen, da helfen euch die Keeper-Buffs nicht bei. Das ist einfach Grundverständnis der Taktik. So, und ob ihr da die Keeper habt, ist relativ egal. Wenn die Leute einmal verstanden, oder wenn die Leute nicht verstehen, in welches Portal sie gehen, dann macht's keinen Unterschied, ob ihr vier Keeper habt oder nicht. Und das könnt ihr auch mit einem Keeper genauso gut üben. Und also jeder Casual-Gilde zu 100 Prozent spielt plus eins. Ihr könnt am Ende des Abends, wie gesagt, immer noch sagen, okay, wir sprechen jetzt noch die anderen an, damit wir wenigstens den Normal-Loot kriegen. Aber ich bin mir zu 99 Prozent sicher, dass so gut wie jede Gilde, wenn sie in der ersten Woche zu Joxer rankommt, den Boss auch in plus eins töten kann. Safe call. Wir können ja mal kurz die Buffs durchgehen, was die einzelnen Wächter geben. So im Schnelldurchlauf, also von Grund, oder besser gesagt allgemein gesagt, erhöht jeder Buff, also jeder Wächter-Buff, den verursachten Schaden von euch um 10 Prozent. Und Freya erhöht eure erhaltene Heilung aus allen Quellen um 20 Prozent. Wenn ihr Hodi aktiv lasst, dann wird der erlittene Schaden um 20 Prozent verringert. Bei Mimiron wird euer Bewegungstempo noch um 20 Prozent erhöht. Und bei Torum ist es so, dass die gesamte Gesundheit noch erhöht wird. Plus jeder Wächter hat nochmal so eine spezielle Fähigkeit. Bei Mimiron ist es zum Beispiel, was macht der, der macht diesen... Mimiron, der fügt Joxerron, glaube ich, einen Debuff zu, der die Angriffsgeschwindigkeit um 100 Prozent verringert und die Zaubergeschwindigkeit um 300 Prozent. Und das hält 30 Sekunden. Okay, das stimmt. Also bei Hodi ist es dieser schützende Blick, oder? Dass bevor einer eures Raids sterben kann, der in einen Eisblock dann gehüllt wird, kann dann jeder sterben? Oder wie sieht das genau aus? Also ich bin mir nicht zu 100 Prozent sicher, ob das so ein Cheat-Dess-mäßig für alle ist. Ähm, aber ja, wenn einer sterben würde, stirbt er dabei nicht. Ich glaube, das gilt für alle einmalig. Aber ich bin mir nicht zu 100 Prozent sicher. Aber ja, also der hilft einem halt, falls man mal sterben sollte. Okay, das ist dann hier nochmal so ein kleiner Backup. Dann, bevor man ins Gras beißt, wird man einfach in Eis eingehüllt und... Ah doch, ich hab's alle 25 Sekunden kann einer gerettet werden. Okay, also ist schon unfassbar mächtig auf jeden Fall. Ähm, wenn der dann noch mit aktiv ist. Aber man braucht's halt auch, wenn man die Grundmechaniken versteht, dann sterben halt wenige Spieler. Und dann gibt's vor allem noch von Freya neben dieser erhöhten Heilung um 20 Prozent, diesen Brunnen der geistigen Gesundheit. Du musst es mal nochmal mit dieser Sanity erklären. Also, während des gesamten Kampfes von Jogsaron habt ihr einen Debuff oben rechts in eurer Debuff-Leiste. Und das ist quasi eure geistige Gesundheit. Und die beginnt immer bei 100. Und da Jogsaron ja so ein alter Gott ist und der mit euren Gedanken spielt, hat der Bossfight verschiedene Abilities, der quasi eure Gedanken immer weiter probiert, ins Negative zu ziehen. Und das ist halt mit diesem Zahl, die mit 100 anfängt, äh, symbolisiert. Und wenn eure geistige Gesundheit auf Null angekommen ist, dann werdet ihr verrückt, werdet übernommen und, äh, wollt eure Mitspieler töten. Und in den verschiedensten Phasen gibt es verschiedenste Fähigkeiten, die halt einfach probieren oder die eure Gesundheit verringern. Ähm, nur als Beispiel, ähm, in Phase 2 kommt so ein, äh, so ein Brain Link, heißt das. Da werden zwei Spieler miteinander verbunden. Und wenn diese Spieler zu weit voneinander weglaufen, dann, ähm, bekommen sie halt diesen, äh, Sanity-Schaden, heißt das. Ähm, oder wenn man unten in die Portale reingeht und in Jogsarons Gehirn ist, da fliegen so kleine Totenköpfe rum und wenn man die anguckt, verringert das das. Oder in Phase 3, wenn man Jogsarons selber anguckt. Also, verschiedenste Sachen, die immer mal hier zwei abziehen, da zwei abziehen. Und wenn man wirklich schlecht, einen schlechten Try hat oder wirklich gar nicht darauf achtet, dann passiert's halt mal, dass man irgendwie in Phase 3 übernommen wird. Aber grundsätzlich ist das jetzt keine Fähigkeit, die ein großes Problem darstellt in dem Bossfight. Ähm, wenn ich übernommen werde, ähm, dann bin ich ja so gesehen mind-controlled und, ähm, also ich bin von Jogsarons übernommen, mach mir Schade und greif meinen eigenen Raid an. Was passiert denn, wenn mich dann mein Raid tötet? Ja, das ist die einzige Möglichkeit. So, man kann den nicht mehr retten, man muss den dann töten. Genau, also auch Battlerest oder, ähm, auch ein Seelenstein bringt nichts in diesem Fall, weil man danach einfach nochmal mind-controlled ist. Ja. Also meines Wissens nach. Ja, ich glaube, ich glaube, es ist so. Die Sache ist nur, wir waren einige Stunden bei Jog und es ist nicht einmal passiert, glaube ich, dass einer wirklich mind-controlled wurde, außer wir sind sowieso gewiped. Also, das ist jetzt, man kann das natürlich forsten, in dem man in alles guckt, was einen irgendwie böse anschaut und man unbedingt will, dass das passiert. Aber in so einem normalen Kampf passiert das selten. Okay. Also das sind dann meistens Abilities, dass man irgendwo hinschauen muss oder dass man, das sind jetzt weniger Fähigkeiten, wo man irgendwie getroffen wird, bis jetzt vielleicht auf diese Verbindung der Spieler oder wobei das ist ja auch die Range, was ausmacht. Also es sind schon eher solche Dinge, die man beachten muss. Ja, also es sind fast alles Sachen, die man verhindern kann. Man kann nicht alles verhindern. Also angenommen, man geht unten in diesen Gehirnraum rein und dort sind drei von den Totenköpfen. Man kann sich dazu entscheiden, entweder einen anzugucken oder zwei. Aber man kriegt es nicht hin, da gar nicht von getroffen zu werden. Also das ist auch völlig okay, wenn man davon getroffen wird. Man sollte sich immer nur für die Seite entscheiden, wo nur ein so ein Totenkopf ist, damit man nicht von beiden gleichzeitig was abkriegt. Und die einzige Fähigkeit, die man wirklich gar nicht verhindern kann, das ist in Phase 2 Psychose, müsste das heißen. Da schießt diese Sarah, die über Joxaron rumschwirrt, auf einen einzelnen Spieler. Das kann man auch nicht verhindern. Und das müsste, glaube ich, irgendwie 9 oder 11 Prozent, also 9 oder 11 Sanity halt abziehen. Das ist halt unlucky. Und das kann auch unlucky sein, dass davon ein Spieler 2-3 Mal getroffen wird. Aber das ist auch das Einzige, was wirklich dann unvermeidbar wäre. Okay. Also wenn wir dann so gesehen, um auf den Hardmode zurückzukommen, das wäre dann ja in dem Fall so, dass wir keinen Freya-Buff hätten. Das bedeutet, dieser Brunnen der geistigen Gesundheit, das ist dann, wenn der Buff aktiv ist, dann ist das nur so ein grüner Strahl oder so vier grüne Strahlen, die, was ist denn die Mehrzeit von Strahl? Strahlen. Schon Strahlen, oder? Ja. Das ist schon spät. Ich komme schon durcheinander. Schon, ja. Dass da vier verschiedene Strahlen, glaube ich, im Raum links, rechts, oben und unten verteilt sind. Und dass man, wenn man sich dort reinstellt, dass man dann einfach diese geistige Gesundheit wieder zurückbekommt. Genau. Das ist quasi so der Freya-Buff, ja. Genau. Aber braucht man nicht unbedingt, haben wir ja gerade eben gehört. Und dann diese Hodiya-Schützende Blick, also der, dass man, wenn man sterben sollte, gerettet wird, benötigt man ja eigentlich auch nicht, wenn man den Bossfight kennt oder einigermaßen gut spielt. Ja. Und ich sag mal so, wenn man stirbt, hat man was gelernt. Ja, und das ist halt wirklich so eine Fähigkeit, die hilft nicht, dass euer Raid besser wird. So. Und genau das Gleiche ist das auch mit Freya. Wenn jemand von euch wirklich diesen Brunnen benötigt und dadurch nicht übernommen wird, dann hilft das nicht, dass ihr als Raid-Lead oder als Raid erkennt, okay, wer hat wo einen Fehler gemacht und wie können wir das besser machen. Weil das sind alles Buffs, die quasi Fehler von einzelnen Leuten ausgleichen. Aber es ist ja wichtig, Fehler zu machen und zu sehen, hey, wo müssen wir uns verbessern, worüber müssen wir reden. Und wenn man den Boss jetzt einfach immer mit dieser Hilfe machen würde, dann würde man wahrscheinlich meistens nicht mal kennen, wo die Fehler überhaupt gemacht werden würden. Verstehe. Und bei Mimiron ist es dann noch dieser, dass seine Cast-Zeit verringert wird, oder? Dieser Destabilisierungs-Matrix, oder wie das genau? Ja, ich glaube, das gilt auch für P2, für die Tentakeln, dass die einfach alles ein bisschen langsamer machen. Ähm, ja, ist jetzt auch, ja, ist jetzt, natürlich hilft das irgendwo, aber das sind alles keine Fähigkeiten in dem Kampf, die wirklich Probleme machen. Das Hauptproblem ist einfach, dass sie, dass der Kampf relativ viele Abilities hat und die müssen halt verstanden werden. Und da helfen dir die Buffs auch nicht. Und genauso die Cast von diesen ganzen Mobs. Wenn man weiß, dass man in dieser Phase halt de-spellen muss oder die cursen muss, dann ist das relativ egal, wie viele von diesen Debuffs kommen. So, weil, ja, man weiß einfach, wie man damit umzugehen hat. Äh, warum lasse ich dann Torum stehen? Also, ich bekomme ja dann schon Hard-Mode-Loot. Also, plus eins mit, mit, mit Torum als Hilfe. Oder mit, besser gesagt, diesen Hüter mit, mit diesem Licht. Warum lasse ich den am Leben? Warum genau Torum? Ja, weil, ähm, in Phase 3 kommen die ganze Zeit diese Immortal Guardians, äh, die heißen wahrscheinlich unsterbliche Beschützer oder Wächter. Ähm, und wenn man Torum am Leben lässt, oder äh, wenn man Torum sich helfen lässt, oder der Raid wird, ähm, kriegt diesen Torum-Buff, dann können diese Immortal Guardians in Phase 3 sterben. Und Phase 3 ist dadurch an sich super einfach. Man steht einfach mit den Milis vom Kopf weggedreht, also von Joxaron weggedreht und killt die ganze Zeit die Immortal Guardians. Die Caster schießen auf Joxaron drauf und immer, wenn er seine Ability macht, drehen sich alle um. und das war's. So, das heißt, Phase 3 wird durch diesen Torum-Buff einfach, also wirklich sehr, sehr einfach. Und macht überhaupt keine Probleme mehr. Im Gegensatz zu plus null, wenn man nicht den Torum-Buff hat. Also das sind wirklich, wie du ja auch schon erwähnt hattest, Welten-Unterschiede, ob ich jetzt plus null spiele oder ob ich plus eins spiele. Ja, und zwar müsst ihr euch das so vorstellen, diese Immortal Guardians, die machen, umso mehr HP sie haben, machen sie mehr Schaden. Und wenn ein dieser Guardians auf den Tank zuläuft, die ersten zwei, drei Hits auf den Tank, die tun richtig weh. Wenn man ihn aber runterhaut und der dann stirbt, dann ist der Schaden weg. Und der Unterschied, wenn man Torum nicht hat, ist, dass diese Guardians nicht sterben können. Das heißt, die Guardians bleiben auf einem HP. Das ist grundsätzlich noch nicht das Schlimme, weil wenn die Guardians ein HP haben, dann würden sie entsprechend auch nur ganz wenig Schaden machen. Aber Joxaron bekommt eine Fähigkeit, wo er drei Guardians anwählt und es spawnen immer weiter Guardians. also so alle paar 10, 15 Sekunden kommt ein weiterer Guardian. Und wenn drei gespawnt sind, dann spawnt noch einer, also der vierte und dann fängt er an, seine Ability zu casten. Und die heißt Schattenleuchtfeuer vielleicht. Das ist jetzt einfach nur die Wort-zu-Wort-Übersetzung aus dem Englischen. Und da wählt er beim ersten Mal drei von diesen Immortal-Guardians an und schießt auch, so wie bei Vesex, so ein Schattenprojektil auf diese Guardians. Und wenn der Guardian getroffen wird, heilen sich alle, also alle Guardians und Joxaron, die im Umkreis von diesem Guardian stehen, extrem wieder hoch. Und das hat halt mehrere Probleme, denn umso mehr HP die Guardians haben, umso mehr Schaden machen sie und die Guardians werden voll geheilt. Das zweite Problem ist, würden die Guardians einfach am Boss stehen bleiben und man hat dann mittlerweile vier, fünf Guardians, würden alle Guardians gleichzeitig geheilt werden und man hätte fünf Guardians, die voll HP haben und das würde ein Tank kaum aushalten. Das nächste Problem ist, dass wenn das dort gespielt wird, wo die Guardians halt im Plus Eins gespielt werden, reinfliegt und das ist direkt an Joxaron dran, würde sich auch Joxaron hochheilen. Und den Schaden, den man in dieser Phase auf Joxaron braucht, der ist halt richtig knackig, also da braucht man schon sehr viel Schaden, deswegen sind auch Warlocks da so gut. Und die einzige Möglichkeit, wie man diese Fähigkeit handeln kann, ist, indem man die drei Guardians, die von diesem Projektil ausgewählt werden, rauszieht. Das können aber nur Klassen machen, die halt irgendwie einen Spott haben. Und dazu zählt und ist auch mit Abstand die beste Klasse ein Hunter, weil ein Hunter hat einen Schuss, Distractor Shot müsste der heißen, der einen Mob dazu zwingt, dass es den Hunter angreift und dann müsste der glaube ich automatisch nach sechs oder acht Sekunden wieder zu dem Tank zurück laufen. Und so geht man mit diesen Schattenprojektilen um. Das heißt, die Mobs werden gemarkt, die das abkriegen und dann weiß man, okay, von jetzt an in zehn Sekunden treffen diese Projektile ein. Dann muss dieser Hunter genau richtig rauslaufen, diesen Guardian aus der Mitte Richtung Wand bringen, dort schlägt das Schattengeschoss ein und dann läuft der Mob wieder in die Mitte. Aber, wie schon gesagt, es sind drei Mobs gleichzeitig. Das heißt, man braucht entweder drei Hunter oder einen Feral Druiden oder einen Warrior oder einen DK, die die Möglichkeit haben, diese Mobs zu spotten und mit denen rauszulaufen. Und da kommt jetzt der schwierige Part. Also, wenn ihr dachtet, das war schwer, nein, der schwierige Part kommt jetzt erst. Denn diese Mobs kommen dann mit 100% HP in die Mitte zurück und wenn du drei von diesen Guardians hast, die 100% HP haben, dann ist es sehr schwer, als Tank zu überleben. Und das war noch der leichte Teil, denn der schwere Teil kommt beim zweiten Mal, denn dann werden fünf Mobs gleichzeitig diesen Schatten, äh, dieses Schattengeschoss abkriegen. Das heißt, ihr braucht fünf Leute, die genau in der richtigen Zeit taunten, auf ihre Position laufen, wenn die Mobs zurücklaufen, müssen die von den Tanks alle gespottet werden, so ein Krieger oder ein DK müssen, müssen so ein Blessing of Protection oder Hand of Protection vom Pardining kriegen, wie heißt das denn auf Deutsch, diese Bubble, die man an jemanden anderen weitergeben kann. Bin ich mir gerade nicht sicher. Alle kennen das unter Bob, oder? Also Bob, sagt euch, ja, Segen des Schutzes kann gut sein. So, damit die Mobs dann, wenn sie viel HP haben, nicht die Leute, die getauntet haben, halt umhauen. Und wenn dann fünf Mobs auf die Tanks drauf zukommen, dann reichen wirklich nur noch riesige Cooldowns, die ihr habt, Schildwall plus dicke Heel-CDs und dann ist der Boss halt immer noch nicht tot, weil der Boss so viel HP hat und ganz am Ende nehmen die Tanks nur noch die Füße in die Hand, brauchen mehr oder weniger Nitro-Boots vom Engineer und sprinten bis hinten an die Wand, weil die Mobs einen mehr oder weniger überlaufen, weil immer mehr spawnen, man hat dann am Ende so neun, zehn, elf Mobs und dann ist es wirklich nur noch ein Wegrennen, sterben und hoffen, dass der Raid in der Zeit Joksaron tötet. Und ja, ich habe gemerkt, das war eine relativ lange Erklärung für nur eine Sache, die sich ändert und diese Sache ist wirklich, ja, heftig. Was Torem dann halt natürlich macht, also wenn ihr diese Plus Eins habt, dann erledigt er das Ganze für euch und tötet halt einfach die Ads, die dann auf ein Prozent sind und ihr habt mit dieser ganzen Mechanik nichts am Hut. Ja. Das, also, du hast schon vollkommen recht, ähm, die anderen drei Wächter machen nicht so einen gravierenden Unterschied, weil das sind einfach, äh, Quality of Life, äh, Fehler, die, ähm, dadurch verhindert werden, aber der Raid wird dadurch nicht besser, weil wenn diese geistige Gesundheit ausläuft, naja, dann macht der Spieler was falsch und auch bei, ähm, den anderen beiden Buffs, die sind definitiv auch anders ausgleichbar, aber hier kommt ja gefühlt eine neue Phase dazu. Ja, auf jeden Fall. Und wie schon gesagt, also, wenn ihr bis zu Jok gekommen seid, dann schafft ihr Plus Eins zu 100 Prozent. Also, und dieser Loot, dieser Hard-Mode-Loot, der ja dann 252 sein dürfte, also, das ist der, also, den solltet ihr da safe mitnehmen. Safe, also, und wenn's halt nicht klappt, ja gut, dann rennt man nochmal in die Mitte und spricht die anderen an, aber es wäre ein fataler Fehler für jeden Raid, ähm, einfach die Wächter anzusprechen, weil ihr könnt es nicht revidieren. Wenn ihr die Wächter einmal angesprochen habt, dann müsst ihr mit den Wächtern spielen. Ihr könnt nicht dann wieder zu ihnen hingehen und sagen, ey, yo, äh, ich würd doch gerne, dass du wieder gehst, das klappt nicht. All right. Vielen Dank.